Okay, damit spielen wir weiter mit Overwatch, machen wir weiter mit Overwatch, dem letzten Projekt. Ah, guck mal, ich hab doch schon gewusst, ich hab gewusst, dass da noch irgendwas kommt. Damit machen wir weiter mit Overwatch. Wir haben ja schon eine Weile nicht mehr gespielt. Und jetzt hat der Zufall entschieden, dass wir das wieder machen. Und das werden wir jetzt auf jeden Fall auch tun. Spiele ich mit Zuschauern? Ja, gerne. Wer ist denn jetzt überhaupt drin? Keine Ahnung. Da können wir dann mal schauen. Und willkommen zurück, Marcel. Können wir mal schauen, wer ist denn schon drin? Gruppe suchen, Gruppe einladen. Du kommst? Okay. Du würdest kommen? Ja, habt ihr mich schon? 26, 67 übrigens. Sollte es meine Friendless sein? Wie heißt du denn nochmal? Ja, du kommst nachher. Wie gesagt, Nixjurs 26, 67, Elder Dragon. Ansonsten, weil ich hab keine Ahnung. Dass du mir das kurz sagen kannst. Ach, okay, okay, okay. Da. Perfekt. Kann ich jetzt irgendwie wieder... So. Freunde und Gruppen, ich und Schüssel haben dich. Ah, okay. Aber jetzt bin ich irgendwie... Hä? Ah, ja. Ah, okay, okay. Ich verstehe. Für den Start. Danke, vielen, vielen Glück an alle. Ja, genau, vielen Glück an alle. Nixjurs. Ja, ne? Wie kann ich das? Kann ich das von hier aus? Ne? Ah, doch, da. Annehmen. Einladen. Perfekt. Selbst einladen, so gut, ja. Also, wir sind ja fast eine volle Gruppe, ne? Ich weiß zwar nicht, ob das so gut ist, aber schauen wir mal. So. Da kommen sie alle, ja. Jetzt fehlt bloß noch Xamarok. Und ansonsten, wen haben wir jetzt? Ansonsten passt's, ne? Können wir mal loslegen. Ansonsten, wer... Wer noch nicht da ist, der soll ihm Bescheid sagen. Die was Nanocola-Ausforderungen. Ah, das hab ich schon gelesen. Stimmt. Machen wir erstmal eine Schnellsuche. Ich glaub, das ist immer am besten. Mal wieder reinkommen. Los, Ranked spielen, ja. Wenn ich könnte, ne? Wenn ich könnte. Nur was für 10 Minuten, bis du kommst. Okay, kein Ding. Kein Ding. Wollen wir vielleicht voice chatten? Nein, tut mir leid. Moment, nicht. Äh... Wen spiel ich denn überhaupt? Keine Ahnung. Wen spielt man denn so? Brigitte mal? Keine Ahnung. Ich hab jetzt noch nie wirklich... Schau mal kurz, äh... Weniges Geschwindigkeit und vielleicht von mir eine Rüstung. Ja, okay. Mit Reichweite. Ähm... Okay, Reparatur-Set mit E. Pflegelstoß. Barriere-Schild. Schildstoß. Ja, okay, okay. So geht das. Äh. Hä? Wieso geht das nicht? Muss dafür jemand da sein? Oh, hi. Ich hab nicht gesehen, dass du lebst. Ach, ja. Ach, okay. Ich muss dafür ein Ziel haben. Ich verstehe. Ich hab nicht gesehen, dass ich ihn geschubst hab. Hui. Oh, er ist weg. Ich glaub, er mochte es nicht, dass ich ihn geschubst hab. Ach ja. Wrecking Ball ist schon toll. Da, nimm das. Geht hinter mir in Deckung. Joa, ne? Dann schauen wir mal, was wir da so finden. Angriff. Vielleicht auch nicht. Oh, da hast du übrigens gesagt, ein Match zu betreten. Na also, geht doch. Funktioniert doch. Es sind scheinbar doch irgendwie Leute da. Jetzt weiß ich nur nicht, was spielen wir denn? Hm. Fuh, 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 fuh. Bisschen Roadhog? Roadhog hat das letzte Mal auch ganz gut funktioniert, ne? Du bist so balanced. Komm, nimm mal Roadhog. Passt schon. Jetzt muss ich mal schauen. Kriegen wir das hin? Ich hoffe schon. Das war nicht das, was ich machen wollte, aber okay. Das ist cool. Das ist cool. Ah, ins Gesicht. Ein neuer Herausforderer. Happy Halloween. Versuchen wir uns mal an einem neuen Heizbord. Guck dir jetzt die Leine nicht ab. Mal sehen. Was ist nochmal? Ne. Ne. Das war ein Nahkampfangriff F, oder? Ne, G? Keine Ahnung. Vergessen. Okay. Oh, 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 oh. Nicht mit mir. Oh. So. So, dann schneiden wir ein bisschen das hier nehmen. Dann abgehe jetzt. Hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Ah, 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 ah. Oh, nö, nicht der... Weißt du, das erste, was passiert? Drachens Gesicht, ne? Das erste, was passiert. Ah, Mann. Ich hätte nochmal E drücken sollen. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Da hat er sich leider auch... Ja, da habe ich leider auch nicht so gut getroffen. Muss ich... Wie gesagt, muss ich wieder ein bisschen besser reinkommen. Habe ich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gespielt. Das ist ja so. Oh, Gott. Das ist weniger schön. Wie oft hat er das denn? So, jetzt. Perfekt. Hm. Läuft gerade noch nicht so gut. Soll ich vielleicht jemand anderes spielen? Hm. Weiß ich gerade nicht. Keine Ahnung. Ach, komm schon. Ich habe das Gefühl, ich habe früher mehr Schaden gemacht. Ich wäre eh draufgegangen. Ich hatte da nicht unbedingt eine gute Position, ja. Hux kann ich da gerade auch schwer was reißen. Kann ich einfach mal hier hinstellen. Aua. Ah, nicht schon wieder der Drache. Äh. Alles gut. Alles gut. Einfach mal ein bisschen hinter der Fracht verstecken. Das wird dann schon. Bis sie jetzt über uns rüber kommen. Oh, das scheint zu funktionieren. Wir sind wenigstens mal beim ersten Punkt. Ja. Ah, nicht dein Ernst. Hat die Blüste auf gewartet? Wahrscheinlich schon, ne? Ah, schade. Oh, hi. Geht das nicht durchs Schild? Ich weiß gar nicht. Ich bleibe hier einfach mal in Deckung, ne? Ich meine, so lange ich das abbekomme, ist ja alles in Ordnung. Das ist ja das. Dafür bin ich ja irgendwo da. Das ist irgendwo sehr uncool. Wobei ich irgendwie... Ne? Als Tank stehe ich hier irgendwie die ganze Zeit bloß hinter dem... hinter dem Wagen rum. Das macht irgendwie auch keinen so großen Sinn. Okay. Oh Gott. Aua. Sollte es nicht so nahe zu mir stehen. Ah, nö. Wieso denn immer? Äh. Das funktioniert gerade noch nicht so gut. Äh, wo bin ich denn? Da drüben. Gehen wir mal in die, hier? Ja. Ja, okay. Passt schon. Die Richtung scheint schon zu gehen. Jetzt ist es natürlich bloß knifflig, da irgendwie wieder reinzukommen. Jo. Sehr knifflig sogar. Wow. Das war irgendwie nicht so... Das war irgendwie nicht so wie geplant. Ich meine, vielleicht hat es was gebracht, um die anderen Leute dahin zu beschützen, aber... Ja. Für mich war das dann nicht so toll. Hat das sich an so? Ach ja. Geht schon. Oh Gott. Hier stehen wir gerade eben richtig unter Feuer. Uah. Wie oft hat er denn diesen Drachen? Ach, Mann. Yes. Na also. Geht doch. Ich muss die... Ich muss die Reichweite von dem im Auge behalten. Das ist so das. Oh, shit. Dieser Schlaf, ne? Der hat mir vorhin meine Ulti gekostet. Der hat mir vorhin meine Ulti gekostet. Der hat jetzt gerade meine Heilung. Das ist schon mies. Und wir kommen da gerade nicht mehr wirklich rein. Dann aktiviere ich eben hier meine Ulti und... Wo sind die ganzen Leute jetzt? Toll. Die Ulti hat sehr viel gebracht. Ah, schade. So knapp. Beinahe getroffen. Hilfe. Hi. Na? Ich glaube, es kann schon was bringen. Ja, gegen... Wenn die Hanzo... Hanzo, Lucio oder Anna mal bekommen. Mit dem Hook. Dann geht das natürlich schon gut. Aber in die kommen wir eben gerade auch schwer ran. Wer schießt von hier aus? Hi. Hi. Alle zusammen. So mit euch. Ah. Ja, werde ich jetzt auch wieder. So, komm schon. Du willst also... Okay. Interessant. Das hat doch funktioniert. Die war ein bisschen zu frech, finde ich. Ist in den Rücken geschossen. Oh Gott. Ah, Mist. Oh Gott. Einfach alle, ne? Wow. Das ist aber das komplette Team gerettet. Das war schon mies. Okay. Das war... Das war... Das war gemein. Aber da hat er wenigstens den Ansturm und die Ulti da rausgehauen. Ah. Ganz knapp. Nein. Hat das nicht... Ja, Hakentreffer. Aber wieso war er da direkt wieder frei? Weil es gegen die Wand ging oder wie? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nicht schon wieder. Mann. Blöder Typ. Da, ins Gesicht. Ah. Kommt schon. Heilung. Oh, nö, 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 nö. Okay. Puh. Irgendwie hat das gerade noch funktioniert. Shit. Okay. Er ist erledigt. Na, also. Kommt schon. Jetzt durchpushen hier. Das muss doch funktionieren. Oh, nicht dieser... Nein. Ich will nicht schlafen. Nein. Nein, ich will nicht... Weil wie lange das geholfen hat, ne? Dieser Reinhardt, ne? Dieser Reinhardt. Macht mich schon fertig. Er macht mich schon fertig. Okay. Er ist tot. So viel dazu. Ne, da oben hätte ich eher hingehen sollen. Oh, shit. Komm schon. Oh, Gott. Das war so knapp. Ja, und dann bin ich tot. Aber hey, wir haben... Ja, wir haben die nächsten... Den nächsten Punkt erreicht, aber... Da jetzt durchzukommen. Hm. Mal sehen. Ich komme langsam wieder ein bisschen mehr rein, sage ich mal. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich gut bin in dem Spiel. Das ist das Problem dran. Oh, Gott. Einfach instant unter Feuer. Nein. Okay. Das war interessant. Der Reinhardt ist tot, hoffe ich. Finde ich gut. Der ist auch tot. Perfekt. Da fliegt sie einfach weg, ne? Das gibt es doch nicht. Au. Wo? Warum? Ich bin nur ein armes Schwein. Lass mich. Okay, da ist jemand elendlich verreckt. Ah, Mann. Dass der Hook grad nicht getroffen hat, das verstehe ich nicht ganz. Äh. Ich hab sein Ulti gestoppt. Nice. Sehr schön. Was wolltest du gerade sagen? Ich hab sogar ein Achievement dafür bekommen. Nice. Das muss ich dann gepisst haben. Ah, der hat die Ulti halt auch alle zwei Sekunden. Oh, Gott. 30 Sekunden. Aber hey, wir sind... Wir sind am letzten Punkt. Äh. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Ah, komm schon. Ah, komm schon. Äh. Bleib mal ein bisschen hier. Der hat immer so wenig Leben, aber ich komm da nicht zum Kill. Das ist unfassbar. Okay. Mech. Ja, aber dann von oben. Ah, schade. Noch ein GB. Wir haben noch fünf Sekunden. Du, noch ein GB. Ah, Mann. Ja, okay. Ja, da hätte ich viel weiter... Da hätte ich reagieren sollen, wer mich da angreift. Noch vier Meter. Komm schon. Nein. Schade. Aber, ja. War GG. Also, nee. Auch allgemein. War gut. War gut. Das ist... Muss ich... Muss man sagen. War... War eine gute Runde. War... Wo ist die Umstellung, an die ich, äh, jetzt komme? Heißgedrängt und Kaltgedrängt muss mitgebracht werden. Echt? Das ist... Anerkennung erhalten. Fairness. Was ist das? Hä? Keine Ahnung. Inwiefern Anerkennung. War... Was muss ich da machen? Äh... Ja, du. Der Hanso war schon stark. Was auch mal die Fairness war. Das war eigentlich ungünstig mit einem Haken. Haben wir... Ähm... Haben wir aber noch gerissen. Achso, ja. Ja. Schon zweimal vergessen. Ähm... Was ich die größte Umstellung finde... Gut, okay. In G-Rank dann schon. Ja, hi, in G-Rank schon. Äh... Was ich die... Die größte Umstellung finde... Äh... Du musst wieder... Ähm... Oder du hast wieder verbrauchbare... Ich nehm nochmal ihn. Äh... Nochmal ver... Du hast wieder verbrauchbare... Eissenspitze... Oder Spitzhacken und... Ähm... Spitzhacken und... Und Käfernetze. Das finde ich halt ne große Sache. Oh, keine Heiler. Das ist nicht so schön. Äh... Du kannst auf N deine Teammates bewerten. Ach ja. Ach ja. Interessant. Das wusste ich jetzt auch nicht. Und... Ach, und da stehen die Zeiten drin, was... Was sie machen. Okay. Ach so, können nicht anerkannt werden. Wieso darfst du nicht anerkannt werden? Ach so, weil du... Zu... Zu kurz das bist. Äh... Äh... Respektvolles Verhalten hilft sei... Zusammenspiel. Auf jeden Fall. Keine Ahnung. Und Wettsteine, ja. Genau, Netze. Und Wettsteine, das ist auch das, ja. Das sind halt solche Sachen, aber... Ich will Kleinigkeiten. Deswegen... Geh ich halt auch mit dem Low-Rank wieder rein. Und nicht, äh... Mit dem G-Rank. Low-Watch ist jetzt spielbar. Glückwunsch. Na? Hi. Wie kann man nochmal Emotes machen? Keine Ahnung. Und man braucht wieder Farbbälle. Stimmt, ja genau, genau. Du sammelst keine Spuren mehr. Hallo, meine Häschen. Hallo, Lüchenbomber. Schönes Duweibers. Willkommen. Na? Die kommen alle von... Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, die kommen alle von oben raus. Aua. Äh. Äh. Irgendwas passiert hier. Yes! Hi, Bastion. Bye, Bastion. Hehehehe. Ach, ich mag es. Ich mag die Hooks einfach. Das ist super. Ah, ich hab noch keinen. Schade. Da hab ich gerade den Cooldown ein bisschen unterschätzt. Sehr schön. Nicht mit mir. Not an my... Wow, was? Wettsteine her. Hehehehe. Ja, vielleicht muss man ab und zu auch einfach mal die Waffe neu wetzen. Ja, gut. Da hab ich gerade viel Schaden bekommen, ohne genau zu wissen, wo der herkam, muss ich sagen. Und ich hab jetzt gerade auch nicht drauf geachtet. Das war vielleicht auch blöd. Xamook spielt Overwatch. Yay! Oh Gott, die sind gut vorangekommen. Huch! Wo kommt der her? Was war das denn? Das... Das war nicht mein Ziel, aber okay. Er musste wenigstens seine Ulti drücken. Das ist schon mal gut. Oh Gott. Aua. Ja, ich hätt mein E-Wene machen sollen. Ich hab einfach keine Umstellung, weil die in meinen Objektsets drin sind. Okay. Ja, das war blöd. Da hätte ich einfach E drücken können und dann... Dann wäre das ganz easy gewesen. Naja, egal. Wie gesagt, ich muss eh wieder ein bisschen reinkommen. Uh, die sind schnell unterwegs. Definitiv. Ah Gott! Hallo? Nein? Niemand? Okay. Kann ich von da oben jemanden hooken? Das wär ja das. Hi. Hier ist irgendwie niemand. Bäschen! Mein Kollege! Yo! Was geht? Bye! Nicht mit mir, meine Freunde. Nicht mit mir. Ach, kommt. Verdammt. Verdammt. Oh Gott. Kommt er nochmal. Um die Ecke. Hi. Hey, ich halte hier zwei Leute auf. Verdammt. Und nicht lang genug. Wenn ich mein Gewehr wetzen würde, würde es doch kaputt gehen. So oft, wie ich meine Waffe auf eine Jagd wetzen muss, sollte da auch nichts mehr übrig bleiben. Ah, Mann. Schade. Wie gesagt, hier ist er so für ein Nachkämpfer, ja. Hi. Jetzt steht einfach immer die Ulti, wenn ich ihn hocke. Das ist schade. Ach, Mann. Schon okay. Aber ich bekomme doch manchmal mehr Schaden, als ich denke. Oh, hallo. Ich bin zwar eh so gut wie wieder tot, aber jo. Vielleicht nicht der beste Rest. Naja. Hätte funktionieren können. Das war halt, bis ich wieder da bin, ich hätte instant mein Ezeigen müssen. Und selbst dann hätte es zwei Sekunden länger gehalten. Okay, halt. Falsche Richtung. Glaube ich zumindest. Wie kommt man da rein? Da so? Keine Ahnung. Okay, da sind sie auf jeden Fall alle gerade. Du kannst dich schon wieder... Wow. Okay. Hi. Danke. Oh. Wurde eben nicht wiederbelebt. Ich bin sehr schnell tot. Wen soll ich für dich ausspionieren? Das ist unfair. Ey, wir haben's... Nein. Hat das irgendwas gebracht? Vielleicht hat es den ein oder anderen noch geschützt. Ich weiß es nicht. Jo, du bist wieder da, aber jetzt auch wieder tot, ne? Nein, nicht schon wieder die Kugel. Ich hasse die Kugel. Okay, da ist niemand mehr. Hast du mich umgebracht? Nein. Wie soll ich dich denn umbringen? Das gefällt mir eher wenige, was hier gerade passiert. Ja. Kommt hier bloß vorbei. Shit. Ah, Mist. Nee, du hast halt keine Chance. Was war das? Du meinst, der Hook von der Diva-Ulti? Ich wollte die Diva hooken, bevor sie die Ulti macht. Also, als du die Ult gehuckt hast, bin ich weggeflogen davon. Ja, wieso in die Richtung? Dich hättest trotzdem getötet. Wenn du in die Richtung weg bist, dann hättest du dich trotzdem getötet. Das hat ja nichts gebracht. Ich seh in dem Zuschauer-Modus wenigstens, als ob es in den Abgrund segelt. Also alles wie immer, ne? Oh Gott. Shit. So, dann geh ich mal in die Backline. Oh Gott. So viel zur Backline, ne? Oh. Das ist nicht so schön hier. Das ist nicht so schön hier in der Backline. Haha. Hab dich. Nein. Okay, ich wollte schon sagen. Das kann doch nicht sein, dass ich den nicht bekomme. So. Langsam hab ich's ein bisschen raus, finde ich. Hier passieren irgendwie Dinge. Ich weiß nicht welche, aber hier passieren Dinge. Na, ihr? Yo, was geht? Scheinbar nichts. Schade. Ich wollte... Ich wollte einfach mal... Ah. Nein. Nein. Was passiert hier? Alles was, weil mein Huppen nicht ready war. Fuck. Komm mal her, du. Kollege. Jo, 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 jo. Ist ja gut. Könnt ihr aufhören, mich von beiden Seiten zu Sandwich? Oh Gott. Was macht die Klerikerin da? Welche Klerikerin? Hahaha. Wer ist bei dir die Klerikerin? Die Ult hätte ich gerade eben gebraucht. Das wär gut gewesen. Oh nein, 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 nein. Schade. Ich merke, du bist pro in dem Spiel. Jo, noch 10 Jahre, ne? Ich bin gar nicht hier. Oh, hi. Triff aber gar nichts. Keule und Schild, scheinbar D&D-Klerikerin. Nicht mit mir. Da ist sie einfach weg, ne? Ich fasse es nicht. Unfassbar unhöflich. Haha. Nein, verdammt. Persönlicher Healer. Ah, dieser Bastion. Der macht uns Probleme. Der stellt sich immer irgendwo hin. Schätze mal ein neuer Charakter. Genau, das ist Brigitte. Das ist... Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, weiß nicht. Ja, Klerikerin passt irgendwo schon. Ist schon richtig. Ich wusste halt gerade echt nicht, wen du meinst. Ja, ich sollte da nicht immer so reinrennen. Mich da wieder zu beleben, war vielleicht nicht die beste Idee. Okay. Kurz... Ja, vielleicht doch nicht. Da haben sie gerade alles gezündet. Hallöchen, ähm... Outlaw? Willkommen. Wie geht's? Ja, es könnte besser gehen. Ich versuche mich wieder ein bisschen reinzufinden. Ich hoffe nicht. Spieler anerkennen. Ja, das machen wir. Da. Äh... Fairness. Du kriegst nochmal... Äh... Fairness? Keine Ahnung. Und... Oh, ich hab's vergessen. Verdammt. Äh... Vielen Dank. Outlaw, vielen, vielen Dank für den Follow. Sehr freundlich von dir. Dankeschön. Du hast ein Pixel bekommen. Was für ein Pixel? Was? Jetzt bereit. Okay, sehr schön. Äh... Wie kannst du dazu kommen? Müssen wir dann... Äh... Ja, eher... Würde ich mal sagen. Wie ist denn das? Keine Ahnung. Match verlassen dann? Schon, oder? Match als Gruppe verlassen. Genau. Und dann... Holen wir dich dazu. Matchschnellsuche, was? Achso, keine Ahnung. Wir sind jetzt alle komplett, ne? Oder? Ich glaub schon. Vielleicht nicht? Vielleicht doch? Keine Ahnung. Wir spielen mal. Ich bin da grad nicht sicher. Jetzt sind wir fünf Leute. Sollte passen, oder? Xamog ready. Lieben wir ein Profilbild. Welches ist deins? Die Katze. Jetzt kann ich ne Nachricht von Clan lesen. Okay. Alles ist gut. Alles prima. Leitling ist kein Schmetterlingsjar. Naja, das ist... Kannst nicht überall erwarten, dass es Schmetterlinge gibt. Xamog. Das ist, äh... Schon was sehr Spezielles. Okay, übrigens Gefecht. Dann üben wir doch auch ein bisschen mit Roadhog. Wieso gibt es so wenige Spiele in Schmetterlingsjars? Jetzt überleg mal. Ah, der Hookschacht hat schon einen langen Cooldown. Shell will... Chef, was? Chef will nicht mehr... Jetzt wird halt überlegt, ob wer anderes Chef wird... da aufgelöst wird. Ach, okay. Okay. Hm. Hi. Diese Wrecking Balls. Ist der andere hin? Alles klar. Hast du schon Monster Generals Ultimate gespielt? Ja, hab ich. Ich hab dazu schon... sogar schon einige... äh... Parts auf meinem YouTube-Channel hochgeladen. Also, ich spiel's gerade im Aktiv. Oh, kannst du mal vielleicht runterkommen hier? Äh, das gibt's ja nicht. Was? Da war all... Da waren alle gerade im Friedlich. Und dann fängt der jetzt plötzlich an, hier Radau zu machen. Kann ich den? Ach, schade. Das war gerade eben... Hat er sich da so schön eingeklinkt? Und ich wollte ihn gerade eben wegholen. Da ist er weg. Ups. Sorry. Vor allem in den Hintern geschossen. Komm mal zu mir hier. Na also. Ups. Gott. Briecht aber Krieg aus, ne? Wie bin ich denn da zurückgekommen? Äh, hi. Du bist auf der falschen Seite. Nein, sie ist weg. Ich wollte sie gerade eben in Ruhe lassen. Ne, aber Generals Ultimate habe ich schon... schon angefangen. Finde ich sehr schön. Ich mag das Spiel sehr. Ja. Das ist gerade der Null. Okay. Ich wollte gerade eben, weil die Mercy war eigentlich nett. Nur der Wrecking Ball hat irgendwie angefangen, Ärger zu machen. So, ich will auf jeden Fall mit Rotog wieder ein bisschen reinkommen. Habe ich eigentlich andere Skins? Ne. Okay. Hätte mich auch gewundert. Willkommen zurück, Annie Hunter. Willkommen zurück. Ich bin eine Einung auf dem Anlips. So. Schade, dass es nicht auf dem 3DS rausgekommen ist. Ich kann es, ich kann es aber verstehen. Ähm, weil der, weil der, ähm, der 3DS ist halt irgendwo tot. Muss man, muss man einfach sagen. Also es ist jetzt nicht, äh, ist jetzt nicht fies gemeint, aber Nintendo lässt den 3DS jetzt halt irgendwo gerade eben, seine verdiente Ruhe und, ähm, dadurch ist es dann halt jetzt da nicht rausgekommen. Ich kann momentan keine Switch leisten. Das ist dann natürlich ärgerlich. Ich, das ist, ähm, äh, ich, ich kann es vorhin ganz nachvollziehen. Wie gesagt, das ist halt, ist halt schon schade für Leute, die sich dann eben die Switch nicht leisten können. Aber, ja, es ist für Nintendo dann irgendwo auch sinnvoller, die ganzen Leute eben zur neuen Konsole zu bringen. Ich habe gerade die, die Heilung gedrückt. Da mag wer die Katze, natürlich. Ist mein Emote. Das ist halt so das, das ist, wie gesagt, ich kann die Leute verstehen, die jetzt, äh, sich darüber ärgern. Ich kann halt auch Nintendo verstehen, weil, wenn du ewig eine alte Konsole aufrechterhältst, dann wird sich niemand eine neue Konsole kaufen. Schon das, ich bin schon da. Ich bin schon da. Was machst du denn da? Ich komme mal zu euch. Aua. Irgendwas hat mich da getroffen. Ach, ein Affe. Hallo? Oh, ich kann kein, keine Effekte benutzen. Darf ich das bitte mal wieder? Ich wurde gehackt. Meine Wampe wurde gehackt. Oder was auch immer. Nein, nicht den Affen. Der Affe ist wohl der schlechteste Charakter, um zu, um zu hooken. So, jetzt müsst ihr erstmal hier wieder reinkommen. Das finde ich gut. Was? Punktum kämpft? Wieso überhaupt? Was machst du denn hier? Gott, klar. Er kann 20 Schrotkugeln abblocken. Okay, das geht durch kein Schild. Ich dachte bloß nicht durch das Reinhardt-Schild. Oh, das ist uncool. Das ist richtig uncool. Das ist richtig uncool. Das ist richtig uncool. Das ist richtig uncool. Verdammt. Die Ulti war mies. Da konnte ich gerade auch nichts tun. Ich hätte mich vielleicht auf mehr Leute konzentrieren können, aber... Ja, hab ich nicht. Da hatten sie gerade die Überhand. Definitiv. Ich renne mal mit dem Lucio mit. Ah, okay. Wir sind eben noch auf dem Punkt. Was? Obwohl das gerade eben so lief. Wow. Oh Gott. Da weiß ich gerade eben nicht ganz... Was sind seine Ulti? Das habe ich gerade irgendwie nicht mehr ganz im Kopf. Das sah zumindest interessant aus. Wo war denn der? Was? Okay. Ja, okay. Ich verstehe. Ich hätte da einfach nochmal... Ja, wow. Der hätte ich einfach so gegen reagieren können. Ich muss... Ich muss da wieder mehr... ...mehr drauf achten. Sehr guter Spruch. Immer von... Ah, schade. Das wäre schon schön gewesen. Hi. Na? Komm mal zur Party, dachte ich mir. Kannst du bitte mal... Okay. Go, 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 go. Ist hier überhaupt noch jemand? Nö. Wieso Verlängerung dann? Okay, ich wollte gerade sagen. Wieso haben wir eine Verlängerung, wenn wir... ...wenn wir aber nichts mehr tun? Okay. Also, ich habe das Gefühl, dass ich meistens nicht irgendwie dazu beitrage, aber als Tank kassierst du einfach Schaden und das tue ich. Also, ich glaube, ich lenke die Aufmerksamkeit auf mich. Und ich hoffe mal, das ist gut. Das war... Wie sieht das denn gerade aus? Ach, schade, jetzt nicht mehr. Hui. Ich wollte gerade sagen, was war das denn? Auf geht's. Go, go. Uh, hier kann man so schön Leute hooken. Aber das muss man halt... ...durch mal sehr gut machen. ...durch mal sehr gut machen. Äh. Ah, schade. Wow, wir haben die hier erfolgreich rausgedrängt. Interessant. Nicht mit mir. Egal, was du vorhattest. Nicht mit mir. Oh, verdammt. Ärgerlich. Da stand ich auch zu lange draußen. Nee. Oh, oh. Mal sehen, ob wir das noch hinbekommen. Äh. Ich gucke einfach mal irgendjemanden, ne? Kann schon nicht schaden. Ah, schade. Geh da rum. Wow, hi. Na? Du hast irgendwie... Oh, die Ulti. Okay, ich verstehe. Wieso du das gemacht hast. Das hat dir irgendwie nicht so viel gebracht, weil du mich einfach weggeschleudert hast. Wieso ist niemand da, wenn ich meine Ulti aktiviere? Verdammt. Ich dachte, da wären noch Leute. Da kommt er jetzt. Du bist zu spät, Lucio. Viel zu spät. Es ist halt nur Spiel dran, von dem ich keine Ahnung habe. Tut mir leid. Das ist die... Das ist die Sache eben bei Random. Nein! Genau das wollte ich gerade machen. Ah, das war mies. Fiese Sache. Bin halt schon mit 19 Jahren selbstständig. Muss meine Wohnung zahlen, Essen und so weiter. Ist kein Geld von der Switch. Außerdem muss ich noch für die Uni lernen. Du bist selbstständig und lernst für die Uni? Okay. Also großen Respekte auf jeden Fall. Das ist klar. Nee, wie gesagt, ich kann es voll und ganz verstehen. Das ist... Man kauft sich nicht einfach mal so nebenher eine Switch. Das ist klar. Oh. Ich hätte ihn vielleicht sogar bei einer Oster-Ulti gehuckt. Aber wie gesagt, ich... Was ich bloß gerne mache, ist halt eben die Seite von Nintendo so ein bisschen erklären. Das ist, wie gesagt, also da halt echt großen Respekt, dass du da sowohl selbstständig bist, als auch halt für die Uni... also noch dann in der Uni tätig bist. Hi. Na? Äh. Okay. Oh, ich habe ihn sogar. Hä? Wieso war damals mein Hook so schnell wieder da? Ich habe das Gefühl, er kriegt immer das schlechtere Ende von dem... Jetzt halt mal die Luft an hier. Dankeschön. Jetzt wäre mein Ulti perfekt, aber nicht erst wieder in fünf Sekunden. Nein! Verdammt! Hm. Das wird es bei mir ab dem nächsten Monat auch gehen. Zieh jetzt... Äh... Zieh jetzt am 10. um. In der eigenen Wohnung. Am 21. geht es dann... geht das Studium los. Okay. Dann natürlich auch viel Glück an dich, Annie Hunter. Das alles funktioniert. Eigene Wohnung. Und dann natürlich auch noch das Studium. Ist immer eine große Belastung. Auf jeden Fall. Also gut, von Uni habe ich jetzt wenig Ahnung, aber... So generell eigene Wohnung. Und dann halt eben bei mir Job. Ist natürlich immer schon... schwierig. Das alles in der einen Dach zu bekommen. Deswegen, wie gesagt... Auf jeden Fall euch viel Glück. Na, kommt schon. Ah, noch zwei Sekunden. Neeoo, man. Flopox, hey, was geht? Willkommen, schön , dass ihr dabei bist. Oh Gott. Nein, ich will nicht noch mehr Katzen schicken, so, jetzt. Hey, wir haben gewonnen. Ich habe nichts getan, aber wir haben gewonnen. Spieler anerkennen. Ja, du bist der einzige, den ich anerkennen darf, sorry. Zusammenspiel? Glaube ich, keine Ahnung. alzheimer schlägt zu wieso alzheimer ok ja gut also ein bisschen verteilt wie sehr mögen die leute die katze ja auf jeden fall die leute sind absolute fans von den katzen und blog fox xamog hat mir ein stufe 22 nice loot box sehr schön blog fox xamog hat mir eine stufe 3 sub gegeben jetzt brauchen wir noch mal zwei zwei modes kannst du auch mitspielen klar kommen wir dazu ja jetzt halt nicht solltest du dürfen ja ja mein battle tag ist glaube ich 26 67 weiß ich gerade gar nicht können wir gleich nach der runde machen der smilin aber nur der blick ich kann es nicht ganz so nachvollziehen was du gerade denkst du nein muss jetzt nicht sofort sein du hast es wie gesagt wir müssen wir müssen mal schauen dass wir da vielleicht noch mal mehr modes bekommen für leute wie xamog 26 37 ok keine ahnung bezahlen wir und gib mir ideen ja ideen brauche ich auch aus dem chat und bezahlen kann ich kein thema kein thema ja ok also hatte ich doch recht keine ahnung ich weiß es gerade nicht also einfach elder dragon und dann xamog hast du ideen für ein sub von dem mode wenn wenn du theoretisch der wie geht denn da wie kann wie kann ich die modes machen ok da kann ich da nicht irgendwie auch mehr auswählen was ist so verstanden keine ahnung das ist ein übungsgefecht jetzt verstehe ich was willst du abends am orger vielleicht bekommen wir damit ja noch mehr leute dazu ich hab's gefunden endlich hab dich und dann voll daneben schießen großartig tja doof ein schmetterling nein los xamog was willst du haben ein schmetterling nö aber red gerne weiter find ich gut wie wärs mit dragons logo als remote ich mein das könnte ich machen aber das ist halt das ist halt ein bisschen doof zwei hallo ich mein dafür dass es halt die höheren stufen sind der dragons logo könnte man auf jeden fall als als die mode machen so ein bisschen die äger gilde aber ich habe halt noch nicht genügend die mords dafür und wenn dann würde ich das als zugang als allgemein zugänglich die mode machen es geht derzeit wirklich bloß um die zweite und dritte stufe die bei mir habe ich ja gerade nicht die katze ist ja gerade dass das einzige was ich theoretisch haben dürfte jetzt geht es ja bloß um die oberen stufen also das logo gerne mal wenn das wirklich wenn wenn wir wirklich mehr mehr modes bekommen irgendwann dann gerne das logo auch ja das wäre wäre easy ich bin eine einmal apokalypse tigi raw wäre witzig aber was wie macht man das einfach so niedlicher tigi der der brüllen will aber ich weiß nicht genau wie man es umsetzt damit es auch gut aussieht bei tigi ist es halt immer schwierig ach half stone na das ist nice das gefällt mir damit man es umsetzen kann damit man es auch gut sieht haben wir bei der katze jetzt auch gesehen wir hatten zuerst ein hallo noch über der katze und das muss man dann weg machen weil es ansonsten aber zu klein gewesen wäre und das habe ich das gefühl ist bei tigi auch ein bisschen so das war sehr schlau als chibi tigi geht das meinst du willst aufs karussell ja also das wäre so ein tg raw wäre ganz interessant was gibt es denn noch so ja nur kopf genau genau kopf vielleicht ja ich wollte gerade sagen ich werde hier irgendwo beschossen wo ich es nicht mal sehe ja das war ganz gut ich denke ich denke dass auch block voxie mode block voxie mode hätte ich gerne aber weißt du was ich gerne hätte die dass das bild das du mal gezeichnet hast der der kleine fuchs der über der blase schläft das hätte ich gerne ich hatte das hallo bei der katze gestern gesehen du warst dabei als wir gespammt haben oder warst du einfach mal random dabei weil wir haben das mal ein bisschen probiert und haben da ziemlich im chat gespammt yo meinem eher nicht so ne das ist aua okay ja ja wie gesagt ich fand es halt ein bisschen zu klein es kam nicht so schön rüber dann das lief nicht so ne also wie gesagt das wäre auch ein schönes die mode das sah auch toll aus du hattest das die mode komischerweise es war ja auch verfügbar es war tatsächlich eine weile verfügbar also ich hatte schon hochgeladen deswegen wir haben es ja auch benutzt nö 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 hi oh ups buttercup emote das ist niedlich wieso haben wir da nicht dran gedacht go 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 ich mach halt kein damage ne gut okay klar weil ich halt auch ziemlich weit entfernt war aber trotzdem mach halt kein damage hab dich hi das war vielleicht der falsche jo da habe ich es auch benutzt okay finde ich gut finde ich gut aber buttercup emote wäre schon krass meinst du kriegst du das hin block lost and found wikings ich habe mir die karte im lese genau angeguckt sehr gut was ist das au das symmetra ne keine ahnung ja ich glaube es ist schwierig ne vor allem das halt auch wieder zu machen damit es gut aussieht äh bisher hat das noch nicht so funktioniert muss ich grad sagen nice das hat gut funktioniert oh god oh god oh das war nice naja wenn die wand da geblieben wäre wäre das nice gewesen äh komm schon lad schnell nach au nein spürt sie nicht spürt da gar nichts davon hi das ist vielleicht weniger cool oh god aah ich habe hier irgendwie alles plötzlich abgekommen oh god da ist jemand sehr aggressiv wieso macht das keinen schaden stirb doch geh weg also Geld kriege ich alles Geld kriegst du natürlich keine sorge auf keine sorge hat mich Kerstin gewundert dass da eine süße Blobkatze war war ja als äh war ja als ähm ähm als Überraschung geplant aber finde ich schön dass dass du es auch so gesehen hast hätte ich nicht gedacht dass da jemand äh ja jemand da darüber stolpert mehr als 2 Cent ja mehr als 2 Cent wie gesagt wenn es solche Premium Emotes sind dann auch gerne mehr damit du da auch ein bisschen davon was hast ist ja klar wenn ich sage dass ich da alles einschläge aua lass das das ist nicht nett von dir junge Dame äh schnell wieder oh god was macht er denn da irgendwelche Schwungübungen nööööö nice sehr schön ah Kolentunte hab den was was war das denn Spielkarate mit meinem alten Lehrer Overwatch okay das ist auch gut ne wie gesagt da können wir nochmal drüber reden aber gerade das Tiki Raw wäre ganz witzig definitiv yes nein doch sehr schön und ich finde das äh das Buttercup auch cool je nachdem wie du es halt hinbekommst das ist halt das ich will dich da jetzt natürlich nicht zu nichts zwingen sag ich mal was was halt nicht geht ja oh oh god okay und bye oh god oh god ja den müssen wir immer wieder erledigen dich auch auf jeden Fall kann ich bitte nachladen gott wie lange man einfach braucht zum nachladen ne ne halbe stunde aua das hat ein bisschen weh was geht alles mit Kappageld was ist Kappageld was ist Kappageld Kappageld kannst du ganz viel haben auf Handy ist es nicht äh ist nicht standard Emotes ganz oben nicht schwer zu erkennen oder nicht schwer zu sehen ah ok ja gut klar wenn du wenn du Emotes benutzt klar dann siehst du es ja auch das ist das ist ja eigentlich sonst auch immer so du weißt schon dass es nicht so viel bringt mich zu boosten ne Kollege yes wo ist sie sie war irgendwie plötzlich weg ok sterbe am vordersten Front wo wo sind denn die Leute ich stehe jetzt irgendwie vor den Leuten habe ich das Gefühl nein mein Hook schade nein verdammt ja gut sie hat schon mal jo sie hat auf jeden Fall oh was was ah ich hasse Schilde au wer ist das Bestchen ne oh Soldier Rortok ist ziemlich gut zu boosten was nein 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 ich mein Dings ich mein den 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 Reinhardt mein ich doch Kappageld ist dramatische Pause gelten achso ich mein ich mein den Reinhardt nicht boosten sondern ansprenten das meine ich halt weil es funktioniert halt meistens nicht das meine ich das boosten schon du hast Schilde ich hasse Brigitte tja mein Hass ist weitreichender ich konzentriere mich nicht auch bloß auf den Hass von einem verdammt tja Mekka aktiviert Mekka deaktiviert hä dumm gelaufen hab dich komm ja mal so ein bisschen aus der Seite nö lass mich geh weg lass mich im Frieden das war gemein ok das hatte sie damit vor ich verstehe ok doof ist sie immer noch OP die Frage ist war die OP oder hat jeder bloß rumgeheult weiß ich jetzt nicht ich mein sie hat halt ein mobiles Schild jetzt werden die gefahrt also sie ist stark sagen wir es so aber OP schwer zu sagen also hier in dem Modus sicherlich nicht ist schon wieder wir sind immer nimmt der immer mich lass mich der hasst mich einfach ne der hat Schweine finde ich unschön Schweinehass ist unschön da hab dich ja toll das ist halt du ziehst sie und zack Schild du hast halt du kannst halt nichts machen au es ist dann bin ich meistens drin und dann vergesse ich irgendwie auch immer meinen boost zu aktivieren ich spiele halt selbst kein Overwatch hab nur von von Freunden gehört dass die am Anfang viel zu stark war das ist aber eigentlich jeder Charakter wie Overwatch wie Blizzard das generell regelt ähm ist noch ein Platz frei vorhin hat doch jemand gefragt ich weiß es nicht ich glaube nicht schon eigentlich schon aber eigentlich eigentlich hat vorhin jemand gefragt wer wer wollte noch weiß ich grad gar nicht ich glaube nicht Garuga wollte genau Garuga hat sich vorhin schon angemeldet sorry Aua 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 mein Hook bringt der grad auch nichts oh Gott oh das könnte was bringen nein der kommt genau grad wenn ich was willst du denn jetzt du Drecksack gibt es doch nicht nein weil ich so weit weg war deswegen 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 hat er mich weggesprintet schade Ärgerlich Ärgerlich das kann irgendwie wie du zu uns rein kommst wir verlassen das ganze mal als Team einfach mal mich als Freund adden und dann kann ich dich reinziehen Britta kann kann halt alles sie hat ein Schild sie kann heilen sie hat ein Steinen Knockback ja sie ist halt sehr sehr krass was das Allrounden angeht ähm der meiste im komplett overpowerten Stuff releasen ist und bleibt fucking äh Riot Games äh die Sache ist aber wie wie äh Blizzard das macht ist ähm und wo äh keine Ahnung da musst du irgendwie Freund Freundes Swiss Army Knife ja da musst du irgendwie Freundschaftsanfrage senden oder sowas ich bin mal raus muss langsam ins Bettchen ich schaue vom Bett aus weiter zu okay Schüssel danke das war's und wünsche dir dann auch eine gute Nacht und noch viel Spaß ja dann kannst du ja auch dazu Andy Hunter ne ne war das ne doch war das Andy Hunter ne klaut was ähm dann kannst du ja auch dazu wenn Schüssel geht sollte ja passen äh wie gesagt du musst irgendwo suchen einen Freund hinzufügen oder sowas weiß ich grad gar nicht ähm die Sache ist aber bei Blizzard die machen das ganz gut weil ähm sie releasen jemanden der sehr stark ist dass jeder ihn spielt dann haben sie extrem viel Info und dann reduzieren sie ihn dramatisch meistens dann ich sag mal wenn das hier die Mitte ist sieht man das überhaupt? ne wenn das hier die Mitte ist releasen sie den Charakter so ähm nach ein paar nach ein paar Informationen hauen sie ihn dann nach hier runter und dann pegeln sie es aus das ist halt das so wird äh so macht Blizzard das normalerweise und das funktioniert eigentlich auch ganz gut deswegen ja es gibt zwar einige starke was soll ich eingeben Elder Dragon und dann Hashtag äh 2667 also theoretisch wie bei Discord zuerst zuerst der Name und dann halt eben der Battletag und nur der Battletag ich glaub nicht Wrecking Ball war nicht wirklich gut von Anfang an okay wobei ich nicht weiß äh äh Wrecking Ball sieht für mich eher so ein bisschen nach einem Trollcharakter aus ne oder nach einem nach einem Fun-Charakter ich weiß nicht ob der jemals auch dafür geplant war wirklich ähm ähm ah da geht doch ähm ob der wirklich geplant war dass es ein besser mega gut sein soll äh zumindest so habe ich es auch mal gehört dass es halt so so gerne gemacht wird äh Garoga da perfekt ja ist sie eher so toll von genau sie ist ja auch in Ordnung ähm so ist sie auch in Ordnung White Games interessiert sich halt äh leider kein Stück für die Community Feedback das ist halt schade das ist sehr schade ähm Cloud kommst du auch dazu? hast du mich schon? hast du mich nicht? musst du mich noch adden? keine Ahnung das soll für Leute sein die sich gerne in die Masse werfen ja ja finde ich auch schön es muss ja nicht immer der overpowerste Charakter sein so öffnen wir mal schnell die Lootbox Lootbox komm schon Rotog Skin das wird niemals ein Rotog Skin ey aber ein Maze Gun was ist das? achso ich dachte grad was zur Hölle soll das denn sein? ja nice ne? wenigstens einer oder so äh haben wir jetzt alle zusammen? ne oder? ich weiß nicht was ist jetzt mit Cloud? ich hab halt zuerst ja nein gesagt und dann ja muss ich jetzt irgendwas machen? äh spielen ich hab dich gerade eingelogt äh ich hab dich gerade angemeldet also mitgenommen dir wurde Vertrag angedreht ja hehehehe ich mein wir können ja jetzt schon mal starten und danach dann nochmal wenn sich nochmal jemand meldet ja Cloudstand AFK zu sein ja ok oh ich bräuchte nur deine Asie auf Blizzard ja ähm 26 nein! ok Gümelsgefecht hehehehe 2667 gehen wir nochmal raus ich werde mich beweisen wir sind eh noch im Gümelsgefecht 2667 es war gerade so ich wusste nicht ganz ob du noch da bist oder nicht was haben wir denn das letzte Mal für Highlights bekommen? Blizzard World da war bestimmt kein Highlight dabei oder? hehehehe würde mich wundern wenn ich da eins bekomme was habe ich da gemacht ich habe eigentlich nicht viel gemacht schau mal einfach mal ich bin gespannt naja aha haben wir den gehuckt haben wir ihn gerade so getötet und das war's ne? den da haben wir noch fertig gemacht oh ja krasses Highlight muss man schon sagen ja ja Overwatch ich weiß fühlt euch nicht so toll hm 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 Gott hm 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 kommt ihr drauf alles groß oder ja ich glaube es gibt nur große namen wieso habe ich in meinen id immer doppelte zahlen discord 26 und blizzard 24 schicksal ich denke schon alles groß ist zumindest hier auch ich habe das spiel übrigens noch nie gespielt und tutorial gemacht kennst du dich trotzdem ein bisschen damit aus also ich will jetzt nicht sagen meine schulnoten ich will jetzt nicht sagen dass wir absolut pro gamer sind vor allem ich nicht aber ja ein bisschen sollte man sich schon aber ich meine learning by doing ist es auch meistens sag ich mal du hast mir eine anfrage geschickt ich habe nichts bekommen habe ich was bekommen keine ahnung ich kann mal reingucken kommen in nächsten zeit mehr robot streams eher nicht dass es ich bin nicht so nee ich habe nichts sicher dass das richtig geschrieben ist jetzt braucht nur ein bisschen bis es da ist also ja ich hätte auch da gucken können so perfekt damit haben wir unser team aber ja auch was nicht so unbedingt so viel ich habe halt viele andere sachen vielleicht gerne mal ab und zu aber ja ich muss halt schauen da ist halt immer dass ich bin jetzt nicht der 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 extreme robot spieler stellen wir sind jetzt ein sechster team genau weiß sehr schön ich will da auch hoch wieso kann ich mich nicht greppeln los bringe mich nach oben verdammt ich mache gerade die ganze zeit eigentlich nur schüttner das ist ich versuche was zu tun aber es kommt das gleiche dabei raus noch eine sechste ist aber echt fleißig ist auch eine herausforderung aber gerade bei sechsten sind route 66 nice 6 nicht die beste note kommt darauf an wo man herkommt ich bin eine einwand apokalypse ich bin nicht mein main deswegen ja es ist mir eine ehre an ihrer seite zu kennen das ist die exception 6 team gegen 6 team oh ja das könnte problematisch werden wieso wieso kommen wir denn jetzt an solche leute ich glaube ich muss noch dafür morgen erledigen ok dann da geht es mal was und dann wünsche ich dir noch einen schönen abend und eine gute nacht dann ich neid die gleich richtig krass viel spaß muss noch im stream dankeschön ja ne ist gut hi hey wieso wieso alle auf mich vor allem hallo ich bin doch bloß nett hier oben das funktioniert gar nicht so wie ich das wollte au schon wieder wie lange hält dieser schlaf hallo aua vielleicht war das nicht ganz so schlau was ich gemacht habe vielleicht gut möglich naja daraus lernt man dann wieder rein komm schon schneller Oh, hi, Doofest. Ja, der Doofest hinter mir ist irgendwie jetzt auch nicht so cool. Oh Gott. Wie gesagt, habe ich sofort immer zwei Leute hinter mir. Das mag ich irgendwie nicht so sehr. Au. Das läuft gerade irgendwie noch nicht so. Aber ich komme irgendwie auch gerade nicht wirklich rein. Das ist das Problem. Da stehe ich dann. Hm. Oh Gott. Dozente Probleme vielleicht? Was? Die Tür ist noch nicht offen. Ich fasse es nicht. Das hätte es so schön getroffen. Aber ich durfte es noch nicht machen. Schnell mal gegenheilen. Na ihr? Wie geht's? Ihr auch hier? Wieso sind alle hier? Gott. Okay, ich habe wenigstens meine Ulti. Die wissen, wer ihr streamt, deswegen gehen die auf dich, ja. So, wird's wohl sein. Nicht mit mir. Immer genau dann, wenn ich meine Ulti aktiviere, ne? Oh Mann. Diese Heilung. Da, du stirbst jetzt mal. Du stirbst jetzt mal. Unfassbar hier. Nein. Die wollte ich gerade eben holen. Danke für die Heilung. Nöööö Ich hole dich noch dazu Nein Nein, 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 nein Oh Ich hätte so bald bei mir erlebt Das war so knapp Schade Jetzt nebenbei noch ein paar Sammelquests, die wir erledigen Okay Viel Glück dabei Bei Stufe 2 können wir es jetzt gerade doch ein bisschen besser. Na, verdammt. Können wir es jetzt doch ein bisschen besser aufhalten, finde ich. Ich hab doch... Oh, Mann. Sehr ärgerlich. Ja, gut. Wir machen aber weiter, als wäre nichts gewesen. Alles wird gut. Na, du? Oh. Das lass mich nicht zweimal sagen. Nice. Hab ich sie? Ich hab sie nicht. Wieso töte ich nie jemanden? Falschrum. Ich hätte zuerst heilen sollen. Schade. Das wäre eine schöne Position gewesen für mich, aber... Da hab ich leider... Leider nicht, äh... Nicht die richtige Reihenfolge gemacht. War ich schon zu am Ende. Das sieht irgendwie nicht so gut aus. Oh. Kannst halt gegen sie so vergessen, da irgendwas zu tun. Nice. Nicht beachtet. Doof. Okay. Nicht lang genug. Das war's, oder? Wahrscheinlich. So gut wie. War vier Minuten. Dass wir vier Minuten aushalten können. Eher weniger, ne? Oh, hi. Das wird jetzt halt echt heftig. Netter Versuch. Netter Versuch. Ey. Langsam, aber sicher. Drei Minuten fünfzig. Oh Gott. Ah, da kommt jemand... ...auf uns zu. Wieso drück ich ne E? Mmh. Mann. Das war so doof. Wieder so doof von mir. Oh Gott. Na, toll. Hallo? Hm, schade. Ja gut, okay. Das war keine gute Runde von mir. Definitiv nicht. Hm. Hm. Und dann mich noch. Ja, okay. Ich darf niemanden anerkennen. Verdammt. Äh... Ja, okay. Jemand muss ja zeigen, wie's gemacht wird. Sie war aber auch mies. Oh, alle weg. Hm. Schönen Teile rauslassen, wo er an mir gestorben ist. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Achte... Warte mal. Achte Eliminierung? Wann? Wie? Ich krieg das irgendwie nie mit, wenn ich jemanden töte. Vielleicht. Oder? Keine Ahnung. Töte ich jemanden? Zielfortschritt kills Gold. Keine Ahnung. Okay, diesmal haben wir ein Dreierteam. Zwei... Drei, zwei, eins. Die sind dann vielleicht auch weniger koordiniert. Hi. Na du? Diese... Diese Hamsterpanzer. Hallöchen Draco. Schön, es war das. Draco, Draco. Ich sehe 4-2. Das war gerade eben noch nicht so. Hä? Der Stream hat's gesehen. Das war... Oder? Hab ich gedirbt? Das war doch ein Einzelner. Oh, ja. Willkommen zum Stream. Wo? Achso. Das wird so schief gehen. Was? Das war richtig merkwürdig. Was ist da gerade passiert? Status verreicht. Hier drüben ist ein feindliches Geschitt. Ja. Komm her, Hamster. Nein! Verdammt. So knapp. Ah, Mann. Und dann stehe ich wieder im Bastion drin. Ich habe heute in der MHA-JAN-U den G-Rank erreicht. Wer noch? Ah, Glückwunsch. Glückwunsch. Ah, verdammt. Da heißt Zidak. Das war doof. Hier drüben ist ein feindliches Geschitt. Können wir da irgendwie durch? Vorbei? Keine Ahnung. Irgendwas? Ah! Da stand er. Hoppla. Ich hätte aber auch hucken sollen dann. Ich habe es aber echt zu spät gesehen, dass er da stand. Das war ein bisschen doof. Oh Gott. Hi. Okay. Das hat scheinbar funktioniert, ne? Na. Was? Was? Wieso ging das nicht? Ich habe ihn doch... Hä? Hä? Wo war mein Hook? Der war nicht da. Ich bin noch lange nicht fern. Was zur Hölle? Richtig merkwürdig. Okay, das habe ich jetzt gefailt. Muss ich da viel weiter nach oben, oder was? Diese Hook ist merkwürdig. Ich weiß aber gerade nicht ganz, wie soll ich da... Wir gehen die ganze Zeit dort drauf. Das ist nicht gut. Ich kann auch versuchen, ihn hier so seitlich zu holen. So viel dazu. Na wen denn? Was? Da konnte ich nicht angreifen. Wieso konnte ich nicht schießen? Mann. Ärgerlich. Okay, wir sind jetzt wenigstens mal ein bisschen in Gange. Na, das ist schon mal etwas. Nachladen. Vier Leute stehen da um ihn rum. Oh Gott. Na, Mann. Ja. Der hätte ich auch wieder heilen sollen. Dabei halte ich halt mal gerade meine Ulti dabei. Das gibt's doch nicht. Wieso klappt das nie? Irgendwie... Ich weiß es nicht. Bin ich nützlich mit Warthog? Bin ich nicht nützlich? Keine Ahnung. Ich finde es gerade schwer einzuschätzen, ob ich als Tank gerade eben nützlich bin. Tja, das war dein letzter Wurf. Oh, Isabelle. Wieso stehe ich da immer wieder? Mann. Ärgerlich. Probieren wir mal was anderes. Ja, aber war's. Was ich dagegen probieren könnte, wäre Diva. Haben wir Diva? Nee. Diva würde hier gehen. Wobei, ich kann halt schon runterhucken. Ich stehe halt bloß immer genau drin. Das ist mein Problem. Wie gesagt, also die Hooks bringen ja schon was. Ich kann mal ein bisschen heilen. Hm. Auf irgendeiner Seite bist du nützlich. Ist nur die Frage für welche. Oh, shit. Na, verdammt. Und da kommt dann. Ärgerlich. Hm. Oh Gott. Ah, schade. Reichweite überschätzt. Oh Gott. Oh Gott. Da musste ich mal durch. Hm. Pff. Keine Chance. Ich hätte viel früher auf Reaper wechseln sollen. Ja, ich weiß halt auch nicht ganz, was... ...was bei mir ist. Keine Ahnung. Hm. Wir können halt nicht ohne Absprache gegen ein Sechste... ...gegen ein Sechsteam gewinnen, der sich höchstwahrscheinlich abspricht. Ja, nur war es kein Sechsteam. Äh, da wäre... ...was? Ach, Voice Chat wahrscheinlich. Super gewesen. Hätten best schon mehrmals einschläfern können. Wir sind da nicht reinge... Ja, okay. Äh, so. Also, wie gesagt, das war gerade kein Sechster-Team. Das Game hat eh Voice Chat. Ich kann ihn auch deaktivieren. Es ist halt nur, wenn sechs Leute dann aufeinander einreden, das wird ein Chaos, ne? Und ich dann versuche, währenddessen den Chat zu lesen. Das kann man halt machen, wenn man privat spielt. Aber so wird das echt schwierig. Ich spiele nochmal einen Flankierer. Die Sache ist... Flankierer... Es wird wahrscheinlich nicht gut laufen. Weil ich sehr schnell draufgehe. Das ist halt die Sache. Ich sehe nicht, dass ich ja bei einem Flankierer lange überlebe. Hallo, Peter. Vielen Dank für den Host und willkommen. Wir können es ja mal probieren. Wir können es probieren, ja. Wen hättest du gerne, wenn ich spielen soll? Das ist ein Affe, kein Scharfschütze. Ja. Okay. Verdammt. Na also. Geht doch. Oh Gott. Seh den, Scharfschützen. Au. Oh Gott. Ah, ärgerlich. Hätte funktionieren können. Aua. Beschießen sich zwei Roadhogs, ne? Hä, 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 hä. Oh Gott. Ich hab dich auch gehuckt. Ein Healer. Spiel mal einen Flankierer. Okay. Also, wen empfiehlst du? Ein Healer. Okay. Du weißt, was ein Flankierer ist, ne? Oh, oh. Oh, oh. Hm, schade. Ah, Mann. Ah, Mann. Ah, Sebastian immer, ne? Ich seh ihn halt immer zu selten, das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich mein, ich kann jetzt wechseln, aber ich würd grad mal sagen, versteh nur Bahnhof, was? Von was? Nächste Runde kann ich ja dann mal einspielen. Oder halt, wenn wir eben Wechsel brauchen. Ich mein, Healer kann ich genauso spielen, ja. Du wolltest ja gerade eben Flankierer haben. Ah. Wieso? Ich hock dich auch immer genau dann. Da, in die Fresse. Halt die Schnauze. Von Overwatch versteh ich gar nichts. Ach so, okay. Okay. Ja gut. Ist da ein bisschen schwierig. Reaper wäre was. Ja okay, Reaper ist Flankieren, ja. Ja, jetzt sind wir wieder bei Flankieren. Das ist... Irgendwie springst du die ganze Zeit hin und her. Na also, dankeschön. Geht doch. Ah, das war viel zu knapp. Ja, wäre schön, wenn ich könnte. Okay. Und genau da muss ich nachladen. Ah, Mann. Schade. Ist immer genau dann, ne. Ärgerlich. Reaper wäre was oder Mercy? Ja, Mercy kann ich. Habe ich irgendwas nicht mitbekommen oder irre ich mich, dass... da ein neuer Held im Heldenraste drin ist? Schon, ja. Kommt drauf an, wie lange du nicht mehr gespielt hast, aber... Ja, Wrecking Board. Ist jetzt dabei. Hab dich. Oh Gott, und ihr habt mich. Oh Gott. Oh, hi. Okay. Find ich gut. Ihr bleibt hier jetzt mal ganz schön fern, ne? Husch, 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 husch. Husch, husch, husch. Yes, er ist tot. Na also. Endlich. Der mich der Typ. Au. 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 Der arme Lucio. Wieso fliege ich hier immer durch die Gegend? Wer ist das überhaupt? Nein! Verdammt. Hat er mich da echt noch weggesnipet? Ja, ich hatte auch nicht mehr so viel Leben. Doch, eigentlich schon, ne? Okay. Ärgerlich. Letzter Held, den ich mitbekommen habe, war Brigitte. Ja. Wie gesagt, da kam jetzt dann ein neuer. Äh... Was passiert denn hier? War eigentlich auf Bastion gezielt, aber egal. Guten Abend, Dove Blackis. Willkommen. Äh... Ah, verdammt. Ich dachte nicht, dass ich so viel Schaden kassier. Leute, macht mal. Ich kann mit Overwatch nichts anfangen. Ich schau... Äh... Ich schau mir dann immer Gen ULP an. Bis zum nächsten. Okay. Danke und danke, dass du bei warst. Wünscht dir einen schönen Abend. Eine gute Nacht. Hallöchen, Banyo. Willkommen. Wieso kann sie, während sie gehuckt ist, mich noch sleepen? Was zur Hölle? Was ist das denn? Wieso steht der Bastion da oben drauf? Das ist ja richtig mies. Der Working Ball hat mir gerade mal auf Vicky angesehen. Der ist so mega knuffig. Oh ja, der ist richtig knuffig. Das auf jeden Fall. War eine Minute, aber sie kommen langsam näher. Oh, hey. Wir haben unseren eigenen Bastion da oben. Finde ich gut. Ja, verdammt. Da wollte ich eigentlich gerade eben den Reinhardt so ein bisschen in Schach halten. Haha, der wollte gerade anwüsten. Oh Gott. Na, komm schon. Da müssen wir jetzt dran halten. Nein! Immer dieser Schlaf, ne? Immer genau dann. Und genau dann. Wow, ne? Wie die Timings aber auch immer perfekt sind, ne? Ich hucke ihn und will angreifen Schlaf. Ich ziehe gerade meine Heilung und bekomme eine Sekunde davor, die... Ähm, die geschwächte Heilung. Das ist halt schon krass. Wieso ist das denn immer so perfekt? Das ist jetzt weniger cool, ne? Okay. Oh Gott. Oh, nice. Okay. Schnell wieder... Oh Gott, ich seh nur Drache. Ja. Wer war denn das? Ich hab keine Ahnung. Okay. Der erinnert mich an meinen Hamster. Ich hab ihn entlarvt. Okay. Okay. Soll meine letzte Runde bleiben aber noch im Stream. Okay. Tu das. Tu das. Oh, 56%. Okay. Damit, dass ich einige echt... ...sehr rumgedirbt hab. Ging das eigentlich schon. Ich will halt eigentlich... Ich weiß, das ist jetzt halt, wenn ich schon wieder jemand anders spiele... ...dann komm ich halt nicht so wirklich rein. Ich würde gerne mal ein bisschen Roadhog spielen. Aber bloß um... ...zu gucken, wie ich... ...wie ich wirklich mit ihm... ...mit ihm klarkomme. Da ich das wirklich hinbekomme. Aber wie gesagt, ich kann auch mal ein bisschen Reaper spielen. Das geht genauso. Hab ich jetzt auch nichts dagegen. Morgen ist leider wieder Schule und ich... ...und ich war... ...das mit dem... ...mit dem Drachen. Okay. Ja. Jo, kein Problem. Wünsche dann eine gute Nacht. Euch beide... ...oder theoretisch... ...ja, noch einen schönen Abend an sich. Danke, dass ihr dabei wart. War schön. Und äh... ...wie gesagt, noch viel Spaß. Du hast Ferien? Ja, noch, ne? Das ist... ...ich sag mal, dann entweder Bayern oder Baden-Württemberg. Ich glaub, das sind die beiden einzigen, die jetzt noch Ferien haben. Aber auch bloß noch eine Woche. Ich mein, was... ...was bei Reaper halt cool ist, ähm... ...is... ...bei ja, okay. Äh... ...was bei Reaper ja cool ist, ist sein... ...oder, was ich da mag, ist... ...äh... ...im Deathmatch. Österreich. Äh, hi. Aua. Das war nicht so nett. Das war eher nicht so nett. Muss man sagen. Okay. Oh Gott. Irgendwie hat lange Zeit keiner bemerkt, dass ich da bin. Hm, ärgerlich. Hm. Irgendwie... ...sehen wir schon zu spät dran. Hm, kommt da keiner mehr? Keine Ahnung. Sind alle schon schlafen? Okay, das ging. Ah. Ah. Äh. Äh. Ihr kriegt mich nie. Oh Gott. Kommt mir da mal ein Xamorok entlang geschwungen. Ich verabschiede mich mal. Ich muss noch Ausgaben machen. Okay. Arden, vielen Dank, dass du es bei dir warst. Wünsch dir eine gute Nacht. Wie gesagt, ich kann auch heilen mit Mercy. Das ist... Das ist kein Ding. Habe ich früher auch gemacht. Wrecking Ball ist cool, ja. Das ist, wie gesagt, kann ich machen. Ich kann aber auch... ...weil Roadhog spielen. Das ist mir grundlegend egal. Ich spiele mal Wrecking Ball. Ist das gerade frei? Hat den keiner? Kann ich auch machen. Achso, jetzt haben wir keinen Heiler. Ja, dann so. Wobei... Wen gibt's denn noch als Heiler? Ne... Moira... Na, Moira habe ich auch eine Weile gespielt. Wir machen's mal so. Keine Zeit für Spielspiele. Jetzt ist die Verspickleitung frei. Du brauchst das ärztliche Versorgung. Okay... Ups. Ne, so. Na, dann schauen wir mal. Oh Gott, du bist so weit weg. Nein, ich hatte den Falschen avisiert. Los, Brigitte, mach sie platt. Aua. Hau sie um. Mach sie fertig. Ist irgendwie nicht der, den ich haben wollte. Oh Gott. Aua. Ja, da kann ich dich leider nicht begleiten. Tut mir leid. Also ich habe auch bloß noch eine gewisse Anzahl an Heilung, ne? So, komm schon. Mach Damage. Mach Damage. Mehr Damage. Mehr Damage. Das bringt irgendwie nichts. Irgendwie... Ich habe das Gefühl, Damage bringt mehr. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ich wollte gerade eben, aber da bin ich schnell genug auch selber draufgegangen. Brigitte, jetzt muss ich mich an einen Flachwitz erinnern. Ist bei mir nichts besonderes, okay? Wusch. Ja. Na dann, Feuer frei, ne? Oh, wow. Bisschen zu spät. Irgendwie kommen wir da gerade nicht rein, ne? Ah, und dann direkt betäubt. Das bringt gerade irgendwie nicht so viel. Das war auch nicht so toll. Ich habe irgendwie das Gefühl, an der Teamkomp müsste noch arbeiten. Yeah, ja. Wir sind ein professionelles Team mit einer professionellen Teamkomp. Ich würde dir gerne folgen, Samarok. Oh Gott, das war knapp. Wie auch immer ich das überlebt habe. Na, Samarok? Was geht? Oh nö, oh nö. Okay. Das war gut. Na, also. Nice. Hat doch funktioniert. Aber du sagst, Samarok aber komplett durchgespeedet ist. Jetzt könnte das Ganze etwas kniffliger werden, habe ich das Gefühl. Ja, komm, mach sie fertig. Dich komm da nicht hoch, Freunde. Außerdem, Samarok wieder vor deine Front. Ja, sorry. Da. Komm schon. Au. Nein, 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 nein. Ich betäubte. Nein. Oh Mann. Wo kommt diese Brigitte immer her? Die steht irgendwie immer plötzlich hinter mir. Und immer genau dann, wenn ich meine Ulti zünde. Das ist... Ah, nice. Das ist der Samarok. Okay. Das ist der Samarok. Das ist der Samarok. Wie gesagt, ich denke nicht, dass es hier um die perfekte Teamcom geht, die wir brauchen. Yes. Los, mach sie fertig. Mach sie fertig. Du bist unbesiegbar. Ich bleib mal hier, ne? in weitere Sicherheit. Ja. 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 Ja, ja, ja. Ist schlimm, ne? Ist Genji-Main, der Hanzo. Kann ich niemanden? Hallo? Achso, ne, kann ich nicht. Noch nicht, okay. Ich bin leider wieder auf dem Boden angekommen. Ja, weiß, ne? Ja, okay. Muss nicht perfekt sein, aber Soldier Tracer oder vielleicht ein Chunkos könnte hier echt Wunde wirken. Ja, halt mehr direkter Damage, ist schon klar. Du weißt schon, Blob, dass jetzt jedes Mal, wenn du, wenn du in den Channel kommst und deine Katzen postest, dass jedes Mal das passiert. Ja, ja. Da ist der Chat hier. Das ist ein Chat, wenn du, wenn du als... Oh Gott. Okay, er geht richtig rein. Finde ich gut. Okay. Da ist der Chat, wenn du, wenn du für das Emote selber verantwortlich bist. Ah, ich komm nicht mit. Okay, jetzt. Hey, aua. Oh Gott. Was geht denn da hinten vor sich? Wow. Ich dachte, da kann man mal kurz sich um irgendwas anderes kümmern und dann werde ich einfach zerstört. Das wird nichts. Nee, schade. Wusch. Stell dir mal vor, wenn du jetzt einen Buttercup zeichnest. Wobei, das können halt die seltensten. Ich verstehe, Rainer hat das Ulti nicht. Wenn du aufschlägst, dann wirfst du jeden um. Jetzt komm mit dem Ausrasten. Ja. Ich spiele D.Va. Okay. Ich kann D.Va spielen. Da kann ich aber dann mein eigenes Emote nicht nutzen. Ja, das ist richtig. Stimmt. Das stimmt ja. Das ist schon doof. Ist er immun in seiner Turrent-Form? Reinhard? Ich habe jetzt die Ulti schon gemacht und das ist nicht umgefallen. Äh, nee, eigentlich nicht. Sad Life. Ja, stimmt. Ja, da müsste ich theoretisch die Katze als höheres Emote machen. Und ja, Wrecking Ball können wir in der nächsten Emote spielen. Da könnte ich die Katze in der höheren Form machen und dann das Buttercup. Nee, ich mache keine IT-Emotes. Okay, okay. Da wird es aber ewig dauern, bis du deinen Buttercup-Emote hast, ne? Ich spiele, um zu gewinnen. War vielleicht ein Sylt dazwischen oder die Line-of-Side auf irgendwelche anderen Weisen blockiert. Brauchst du Line-of-Side? Das macht doch einen Aoi, oder? Tja, Pech. Finde ich jetzt nicht so nett von dir. Ziemlich eigennützig, ne? Aber eigentlich ein Schild sollte da auch nicht helfen, oder? So ein Winston-Schild oder sowas. Keine Ahnung. Müsste ich dir jetzt einen 25-Euro-Sub schenken? Vor allem für mich, ne? Das würde gar keinen Sinn machen. Nur mit Line-of-Side. Durch Wendete Barrieren geht es nicht. Okay, ja, durch Barrieren nicht, klar. Aber selbst wenn jemand hinter jemand steht, geht es ja trotzdem. Du verliest ja nicht mal Geld. Was? Wie verließen? Ich liese kein Geld. Das hat irgendwie nicht so toll funktioniert. Schild sind mal Barrieren. Ja, ja. Deswegen, ich wusste nicht, dass es durch Schilden nicht geht. Wie gesagt, keine Ahnung. Natürlich verliere ich Geld. Das ist... Ich verliere dadurch sogar eine ganze Menge Geld, weil... Ich verliere dann das dadurch, was an Twitch geht. Aua. Also 5 oder 7 Euro oder sowas gehen da dann schon weg. Ich bin keine gute Verliererin. Ansonsten könnte ich ja jedem so einen Sub schenken. Aber würdest du dann zeichnen, wenn ich... Wenn ich das tun würde? Aaaaah. Oh Gott. Hi. Hi. Na? Bier, 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 Bier. Aua. Zeit für ein Reif, Läppchen. Ja. Das heißt, wenn ich monatlich irgendwie 7 Euro an Twitch abdrücke oder so irgendwas, dann würdest du es tun. Ja, okay. Das muss dann aber auch die einzige Bezahlung bleiben, ne? Also, neben einer moderaten anderen, aber nicht... Dann gibt es keine heftige normale Bezahlung dafür. Verstehst du schon, was ich meine? Ah, dann nicht. Das wäre ein Atro-Sieg für den Gegner. Jo, gut. Immer möglich. Ich kann dich nicht heftig bezahlen und dir dann noch jedes Mal oder jeden Monat ein 25 Euro Sub schenken. Das wird teuer. Blob, das wird sehr teuer. Dann spiele ich jetzt mal Wrecking Ball. Hui. Damit zahlen mich lieber mehr, okay? Was heißt bei dir jetzt mehr? Spiel den Druidika-Hamster, ja. Wir können ja nochmal drüber reden. Dragen die Abbrustbirne. Oh ja. Ja, schau mal. Also, von dem her, ne? Ich hätte es gerne getan, euch auch höhere Sub-Emots gegeben, aber Blobfox will nicht. Deswegen, tut mir leid. Tut mir leid. Ist der süß, ja. Sind auch ein normales Emote und keine Ahnung, was wäre für ein Height-Ear-Mote. Also, keine Ahnung. Boah, ein Katy Perry-Skin. Aber Katy Perry hat nicht Dings gesungen. Aber ich denke, deswegen ist der Kappa auch da, oder? Äh. Ja, wie gesagt, wir reden mal drüber. Aber ich weiß nicht, so ein Height-Ear-Mote, ich sag mal, vielleicht nach dem Tier entsprechend dann. Also, 25 Euro. Ich find's cool, dass man damit sogar springen kann. Hui. Ach, schade. Den Grappling-Hook sollte man sehr viel häufiger machen. Sie sehen mich nicht, aber sie werden mich kommen sehen. Was? Das war irgendwie nicht... Oh Gott, hi. Ratter, 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 ratter. Was, seine E nochmal? Ah, okay. Ich seh schon. Nice. Bess schon mal wieder. Joa, ne. Iß halt so. Oh Gott. Das war irgendwie nicht so gut. Nein, der arme Hamster. Ich hab keine Ahnung von Popmusik. Naja, das, was Miley Cyrus da macht, ist ja nicht unbedingt... Das kann man, glaube ich, nicht unbedingt als Popmusik bezeichnen. Der Hamster, ja. Wie er quiekt, wenn er getroffen wird. Das tut mir so leid. Oh Gott. Bam. Kapau. Oh Gott, hi. Ich mach wirklich nur Schaden, wenn ich da durch... rushe, ne. Das ist irgendwie doof. Der braucht ne ganze Weile. Hui. Ist da ne Form, wo Musik ist, populär. Ja, gut. Es lässt sich drüber streiten. Irgendwie, ich hab diesen Hamster nicht ganz raus, wie man mit dem Damage macht. Ich hab das Schild beinahe zertrümmert, aber... Joa, ne. Oh, darf ich da nicht in die Kugel formen, wenn ich ein Schild hab? Scheinbar nicht. Irgendwie versteh ich... Versteh ich den Hamster nicht unbedingt. Was war seine Ulti nochmal? Verdammt. Äh, Minenfeld. Ach, okay, klar. Natürlich. Da war ja was. Uh. Was? Hi. Hi. Ah, großartig. Die dachten sich sicherlich auch so, what the fuck ist jetzt los? Aber ich finde, warum ist der Cooldown von dem Grappling Hook so hoch? Das wär viel witziger, weil man den sehr viel öfters benutzen könnte. Dann könnte man sich wirklich hin und her schwingen. Gut, dadurch wär er dann vielleicht ein bisschen OP. Das geht halt echt nicht. Schade. Na, hi. Au. Ah, hab dich. Minenfeld. Er hat PewPew Waffen und er hat den Haken, aber Schaden macht du nur, wenn er mit voller Geschwindigkeit am Haken hängt. Zudem kannst du, wenn du in die Luft bist, Steuerung drücken, um runterzuslammen. Na gut, aber das bin ich selten. Das hab ich auch schon gesehen. Ich hab gerade mal Druidika-Hamster auf Google Bilder eingeben. Warte mal, wer da kam. Keine Ahnung. Wahrscheinlich Rackingball, ne? Der ist doch wie die Karmster. Go, 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 go. Au. Irgendwie, na? Nicht so. Angriff. Aua. Oh. Mehr Schildi und mehr Feinden, die in dem Video stehen. Ah, okay. Der Meme ist real. Ist real. Ja, ne? Funktioniert gut mit ihm. Oh Gott. Ja, großartig. Der Sebastian wieder, ne? Den müssen wir mal richtig wegrammen. Ich hab noch keine Ahnung, wo wir das hinbekommen sollen. Bäm. Verdammt. Hat das irgendwas gebracht? Ach so, je mehr neben mir stehen. Okay, ich verstehe, wie man's machen soll. Rein, wegrammen, Schild und dann, ja, okay. Denk ich zumindest. Glaube ich. Vielleicht. Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Der arme Hamster. Kapau. Okay. Hat gut funktioniert. Ich verstehe diesen Charakter nicht. Vielleicht ist er nicht so gut gegen Bastion. Das ist wohl mein Gefühl gerade eben. Mach dich plott. Arrgh. Wie ist jemand erledigt? Na? Du auch hier? Wie es sich halt null für mich interessiert. Ich hab mal ein E gedrückt. Was zur Hölle? Oh, Minenfeld. Das ist irgendwie nicht so toll. Das war keine gute Mag für Hammond. So, das ist wie ein Umbani, wäre das sinnvoller. Ja, ja, klar. Ich sag mal, wenn man ein bisschen Ahnung von dem Charakter hätte, wäre es auch besser. Nee, das klingt gerade irgendwie nicht so viel. Erneuter Feindkontakt. Aaaaahhh. Aaaaahhh. Komme ich da irgendwie von hinten ran? Nee. Verdammt. Kreckt mich nie. Da, ich räum hier mal ein bisschen in den Hinteren rein auf. Du presst halt immer mitten ins Kreuzfeuer. Was soll ich tun? Weißt du, das Kreuzfeuer ist halt direkt vor uns. Ist jetzt nicht so, als könnte ich da irgendwo außen rum gehen. Ich dachte, ich hätte mich eingehakt. Ja, ich weiß. Aber ich habe nicht mal realisiert, dass der Zielpunkt dort ist. Das ist... Ich hätte so viele Dinge besser machen können. Aber du realisierst, dass ich Hammond gerade zum ersten Mal gespielt habe, ne? Ich habe nicht mal eine Ahnung gehabt, was ich genau tue. Was ich genau machen soll. Oh, das können wir gleich nochmal. Mal probieren. Wenn ihr das wollt. Bisschen Zeit haben wir noch. Ah, okay. Ich glaube, Angriff ist auch nicht so gut bei ihm. Vielleicht eher Verteidigung? Keine Ahnung. Sonst, wenn die ihn behüten wie ein zurückgeblieben, dann was? Verstehe ich jetzt nicht ganz, wieso da so rumraged Tregios, weil es ist halt so. Es wäre ja dumm, wenn sie ihn dann nicht beschützen, weil er halt Damage macht. Hammond wäre ein guter Kandidat für den Trainingsmodus ganz am Stream-Anfang gewesen. Wieso? Sag ich jetzt mal. Ich hatte ihn ja nicht vor, jetzt zu spielen. Ich hatte ihn ja nicht vor, in dem Stream zu spielen. Also, wieso sollte ich dann erstmal die ganze Zeit in dem Camp bleiben? Da, wo ich spiele, gibt es überhaupt keine Bastions mehr. Ja, schon, aber was willst du damit jetzt aussagen? Oh Gott. Ich sage jetzt schon, dass das nicht funktionieren wird, als ich vorhabe. Es hat teilweise doch schon funktioniert. Schön. Um gleich auszuprobieren, weil irgendwie eigentlich schon abzusehen war, dass irgendwann jemand nach dem neuen Helm gefuckt würde. Ja, schon. Und? Ist jetzt nicht so, als ob wir Ranked spielen, ne? Das ist meine Güte, dann fragt jemand danach, dann spiele ich ihn. Und ich faile mit ihm. Weil mich hätte genauso gefällt, wenn ich den Trainingsmodus gemacht hätte. Das ist... Wo... Was hätte ich im Trainingsmodus mehr gelernt, als ich jetzt gerade eben schon gelernt habe? Vielleicht, dass ein Schild bei den anderen Leuten mehr Schaden macht, aber ansonsten... Oder mehr Schild gibt. Aber ansonsten... Aber ansonsten... Ja. Funktioniert irgendwie nicht so wie gewollt. Also, man ist sehr gut darin, die Gegner auf jeden Fall abzulenken. Fünf was zum Team schießen und wir leben. Ein gewisser Hamster fährt mit seinem Droideker im Kreis. Ich dachte so, macht man das? Ich bin die Ablenkung. Wenn... Wenn ich da bin, haben die Gegner keine Ahnung mehr, was sie überhaupt tun sollen. Oh Gott. Nö, jetzt bin ich hier unten. Nehmt die Rüstung schnell. Vorsichtigen, verlehrt! Verdammt. Du musst den Haken zu gehen, das ist eher eine Beweglichkeitssache als ein Angriff. Naja, aber ich kann halt ohne den Dings nicht angreifen. Also zumindest nicht in der Kugel. Wenn du mich heute noch bezahlst, fange ich morgen an. Ja, womit denn überhaupt? Wir wissen ja nicht mal, was wir... Was wir überhaupt machen wollen. Und ganz ehrlich... Pew, pew, ganz ernst. Ganz ehrlich, Xamog. Ich spiele den Charakter nicht um ihn gerade eben. Weißt du, du nimmst das gerade so ernst. Das ist... Ich habe keine Sekunde hier wirklich versucht, extrem ernst zu spielen. Ja, ich denke, Tigi wäre ganz gut. Und das ist... Wenn ich nur das hier mache, dann kann ich halt genauso gut... Kann ich genauso gut D.Va spielen. Schangos Ult gegen Wrecking Ball. Rad gegen Rad Kugel. Frage ist, wer ist das... Wer ist die bessere Kugel? Feinde da sind, willst du nicht rumkugeln. Vielleicht hat es ein... Pralinen oder so. Was, Pralinen? Da, natürlich will ich rumkugeln. Das ist doch der Sinn von dem Rumkugeln. Ich meine nicht dich. Ich meine D.V. Plagueis. Ah, schade. Ach, jetzt verstehe ich's. Ich meine D.V. Plagueis. Ja, ich hab meinen. Okay. Oh Gott, wo... Na, wieso muss ich immer... Ich muss immer genau dann nachladen, ne? Das ist furchtbar. Jetzt kommen sie aber echt mit allem. Ah, Mann. Ärgerlich. Ach, ne Runde. Ich denke, ne Runde machen wir noch. Was war überhaupt los? Da war alles verpasst, was? Ne, ist einfach bloß... Ich troll aber grad bloß mit, äh, mit Hämme drum. Das ist... Da hier ist nichts ernst zu nehmen. Du wurdest nichts beschuldigt. Ich hab den falschen Namen genommen. Meine Güte. Ja, was ich mache, aber gar nichts funktioniert. Das ist... Okay, danke, dass du dabei warst und dankeschön. Und wünsche dir eine gute Nacht, wo das Protagon... Ich geh wieder zu meinem, na... Zu dem zurück, was heute eigentlich ganz gut funktioniert hat. Das... Das funktioniert dann vielleicht besser. Mal sehen. Aber vielleicht wechsle ich dann auch mal. Wir schauen mal, weil, ja... Wie gesagt, für Hammond, wenn ich ihn auch spielen würde, bräuchte ich mehr Zeit. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du halt nicht dieses, dieses, äh, die Kugelattacke nutzt, dann find ich ihn halt echt langweilig. Weil ansonsten könntest du halt echt Diva spielen. Muss ich jetzt so wirklich sagen. Nein, das ist... Ich drück immer die Falschtaste. Das mag ich. Was ist das überhaupt? Was macht ihr überhaupt? Okay, dann schauen wir mal. Oh Gott. Die geben da schon irgendwie heftig Feuer? Was geht hier vor sich? Wieso bekomme ich auf die Schnauze? Ganz plötzlich. Jetzt! Lass das mal. Das geht mir auf die Nerven. Ja. Oh, hi. Wieso muss ich immer genau nach... Nein! Ah, Mann. Muss ich immer genau dann nachladen. Immer dann im besten Moment. Ich muss eigentlich ständig R drücken. Immer wenn ich Wackenball, Wackenball sehe, muss ich an Pikachu denken. Dragon hätte es einfach Hangman Donnerblitz rufen müssen. Dann wäre die Sache geklärt gewesen. Ach so. So spielt man den. Das wusste ich jetzt auch nicht. Aua, aua, aua. Hier ist die Schrot vielleicht auch nicht die beste Wahl, ne? Mit den offenen Gebieten. Die wäre gerade eben ganz gut gewesen. Äh, kam schon. Nein, nicht der Drache ins Gesicht. Das ist eine Frage der Balance. Man muss recht dynamisch und Situationsheim nicht abwechseln können. Die Sache ist halt, dass Kugelheimat erst mal nicht angreifen kann. Ja gut, klar. Du musst dich halt schön reinschwingen. Deswegen habe ich ja gemeint, dass es schade ist, dass der Cooldown von dem Dings so hoch ist. Von dem Grapplinghook. Sonst wäre das halt echt cool. Gott. Meine Güte. Die hauen ja alles auf mich raus. Das tat schon ein bisschen weh, muss ich sagen. Oh, das hat nicht getroffen? Wow. Nein. Ich muss auch einfach sagen, ich bin nicht gemacht vor Overwatch. Definitiv nicht. Ich bin nicht für sehr viel... Äh... First-Person-Action? Ist eigentlich auch falsch, aber zumindest für sehr viel Overwatch-Action bin ich nicht gemacht. Das... Ja. Müsste ich vielleicht auch ein bisschen üben. Ist aber auch nicht mein... Äh... Nicht mein... Äh... Mein Genre. Zumindest nicht das, was ich halt so aktiv spiele. Aber... Ja. Ich merke halt, ich bin ab und zu einfach ein bisschen überfordert. Das funktioniert irgendwie nicht so gut, ne? Ich dachte eigentlich, das funktioniert besser. Oh, waren das zwar gerade zwei Kills? Das spielt doch... Nimmt doch Genji, das spielt Langschwert. Hahahaha. 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 Tja, ne? Könnte man machen. Interessant. Interessant. Ah... Ne, also... Irgendwas muss ich da ändern, weil... Mit Rortok geht das gerade gar nicht. Na, das wollte ich gerade machen, mit Diva spielen. Rortok ist zwar irgendwie cool, aber ich komme da irgendwie nicht mal raus. Warte jetzt doch. Ah, doch. Klar. Doof. Vielleicht jetzt, dann, wenn der Diva vorne dran. Ich komme halt gerade um die Ecke, ne? Ich war nun nicht mal dort. Und habe schon kräftig auf den Schnauze bekommen. Ah, Mann. Das wäre wichtig gewesen, ihn zu töten. Ich komme ja nicht mal dazu, zu kämpfen. Das ist ja das. Tss. Ja. Ups. Außerdem musst du dann halt auch, weißt du, lieber ein bisschen weniger schaden. Als gar kein Schaden. Ah, schade. Oh Gott. Ooooooooh. Muss ich mal schnell heilen. Na, also. Das war schon wieder falsch. Ah, verdammt. Da waren sie alle. Schade. Oh Gott. Ja, gut. Nicht, äh, so gut. Er hat nicht so toll funktioniert. Da war... Da war Rotog irgendwie aber auch falsch. Das ist... Ich weiß, dass es mehr Schaden macht, ja. Aber wie gesagt, wenn ich dann halt nichts treffe... Dann bringt mir das genauso wenig was. Hm. Wieso? Hä? Heilung? Achso, an mir selber. Ja, klar. Stimmt. Ich dachte gerade eben, wieso das denn? Ja, komm, eine Runde geht noch. Okay. Das ging fix. Wollte ich gerade eben die Lootbox aufmachen. Ich bin ein Einbahn-Apokalypse. Das Treffen ist der Punkt. Auf 20 Meter trifft das Primär-Fall halt nichts. Da ist immer noch mehr davon, wenn du mit dem Second-Tür-Fall die Hälfte der Zeit daneben schießt. Oh Gott, Hilfe. Ja, aber ab wann stehe ich mal wirklich 20 Meter weit weg? Und schieße dann. Geht schlafen. Okay. Cloud, vielen Dank, dass du dabei warst und wünsche dir dann eine gute Nacht. Schlaf schön. Das ist klar. Den Genji jetzt mit dem Dings zu versuchen zu treffen, mit der Schrot bringt nichts. Aber ich werde ihn auch nicht mit der... Ich werde ihn aber auch nicht mit der Dings... mit der anderen treffen. Keine Chance. Das ist halt das. Und glaubst du wirklich, dass... Weißt du, das ist halt so... Ja, ja, ist besser als die Hälfte der Zeit daneben zu schießen. Wenn es die Hälfte der Zeit wäre. Aber ich treffe ihn einfach nicht. Das ist ja das. Wenn sich die dann schnell bewegen, dann kann ich das vergessen. Und dann will ich lieber ein bisschen Chipschaden machen. Als wie eben gesagt, keinen. Das ist halt... Das ist... Schon, ja. Aber ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Das ist halt das. Wenn du mal nachdenkst, ist Overwatch schon irgendwie komisch. Das gibt Miley Cyrus als Hamster, den Vollab-Clouch, der mit der Schrot ballert und Mr. Drankler mit Langschwert. Hat es alles, ne? Da ist er weg. Wenn du nicht damit anfängst, wirst du es halt niemals können. Weißt du, wann ich das nächste Mal Overwatch spielen werde? Weißt du, das ist halt das. Das ist... Ich werde jetzt nicht jeden Tag Overwatch streamen. Das ist... Ich werde wahrscheinlich das nächste Mal in drei Monaten wieder streamen oder sowas. Und dann... Ja, wow. Dann habe ich es mal ein bisschen probiert, ne? Das ist... Das ist... Jetzt bleibt doch einfach mal locker, Darth Plagueis. Ich weiß, ich bin kein Pro, aber ich weiß es. Und ich werde es nie sein, weil ich das Spiel nicht aktiv genug spiele. Das ist das, ne? Und es ist klar, dass ich damit Zielen lernen muss. Aber das werde ich so schnell nicht. Und das weiß ich. Und statt einfach da zu stehen und die ganze Zeit nichts zu treffen und mich darüber zu ärgern, versuche ich lieber irgendwas zu treffen und dann halt eine gute Zeit zu haben. Das ist halt das. Ich weiß, was ich gerade eben tue und was ich auch von dem Spiel will. Und das ist nicht, dass ich ein Pro-Gamer werde darin. Auch nicht mit Roadtalk allgemein. Das ist halt das. Denken wir, das ist der deutsche Ninja für Overwatch, ja. Ein-Stream jeden Tag, 24-7-Winz, natürlich. Klar. Mit Roadtalk, natürlich. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Was gibt's da zum Glotzen? Schaut mit den Augen des Drachen. Sie haben eine Kugel. Ich finde es schön, wie du genau Wrecking Ball erkennen kannst. Hier auf die Entfernung, aber da zum Beispiel Reinhardt kann man gut damit anschießen. Aber jetzt irgendwas Schnelles, da ist halt keine Chance. Oder ich halt eben. Das ist halt das. Ah, schade. Das ging sehr schnell. Ich bin noch lange nicht fertig. Heilung verstärkt. Was war das gerade? Wärst du, bist du da Junkrat draufgegangen? Ich denke schon, oder? Oh Gott. Das tat ein bisschen weh. Kommt, nein! Was? Ärgerlich. Ja gut, ich hätte sie eh nicht bekommen. Das war doof. Das sollte helfen. Na, komm schon. Äh. Wir halten es gerade so. Ah, Mann. Oh Gott. Da kommt Wrecking Ball an. Pfft. Du rastest dich komplett aus. Ah, Mann. Ich hatte es gerade sogar aktiviert. Das war nur eine Millisekunde zu spät, bevor der Heal wirklich getriggert hat. Ärgerlich. Und eine Sekunde davor, bevor Wrecking Ball draufgegangen ist. Äh, schade. Oh Gott. Ah. Ich hätte nicht auf den Chat achten sollen, sondern eher auf das, was ich gerade ihm tue. Ah, nein, 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 nein. Nö. Ah, aua. Aber den Mepf habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Okay. Okay. Und dazu die Katze. Ah, ich mag das Katzenemode. Das ist schön. Wo sind die guten Leute? Oh, ich sehe einen Hamster. Das war mal ein Hamster. Kann sich auch ein bisschen aus wie ein Hamster. Naja, ein bisschen. Das ist die arme Katze. Guck mal. Wow. So wie ist er, glaube ich, durch meinen Haken gestorben. Oh Gott. Da kam einfach Hemm dran. Äh, noch geht das. Ah, nachladen. Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Jetzt ganz schnell heilen. Uh. Was geht hier eigentlich gerade vor sich? Ich bin tot. Das geht vor sich. Ich weiß, ob die Katze singt. So Opern-mäßig, ne? Ja, das ist richtig. Irgendwie... Das war zwar nicht ganz die Intention dahinter, aber okay, ja. Ich sehe es. Oh, nice. Ah, Mann. Okay. Mutig. Ich sehe dich. Verdammt. Wo sind die Gegner? Kommen wahrscheinlich alle gleich wieder zu fünft an und machen uns komplett platt. Ja. Oh Gott. Na also. Ah. Verdammt. Hier gehen irgendwie einige Dinge vor sich. Von denen ich nicht ganz weiß, was es genau ist. Mit wem liefst du hier in ein treuer Gefecht? Herr Berndt. Da kommt der an. Ah, Heilung. Und irgendwo anders kamen da auch noch Schüsse an. Hey. Wir machen das ziemlich gut, die rückwärts fahren zu lassen. Nein, Hamster. Verschwinde. Verschwinde. Und... Na, schade. Ich wollte gerade sagen, komm her. Er ist tot. Die Katze ist viel einsetzbar, ja. Ach so. Geht's mir auf die Nerven-Aff... Wo ist der Affe hin? Oh, Wrecking Ball ist ein perfektes... Ja. Wäre ein perfektes Ziel gewesen. Oh. Das war aber, glaube ich, eher Dings hinten. Ja, ja. Das war der Soldier hinten. Er hätte jetzt nicht erwartet, dass der... Dass Hamman so viel Schaden raushaut. Hat er aber auch nicht. Ist doch sehr nahe vor dem nächsten Checkpoint. Komm schon. Fahrt wieder zurück. Perfekt. Einfach zurückfahren. Alles ist gut. War da gerade ein Gegner? Nee. Vielleicht doch. Hallo? Das hat irgendwie nicht so getroffen, wie es sollte. Okay. Der macht irgendwie doch schon gut Schaden. Ja, wir wollen da nicht durch. Wenn, dann ihr. Wir bleiben hier bei dem Wagen. Äh, hi. Na? Alles gut? Alles klar? Heilung, Agni. Au. Gott, das ist ein Affe. Ah. Eigentlich hätte ich die Heilung wieder gehabt. Sehr doof. Ja. Wieder viel zu wenig Leben. Wieder viel zu wenig dran gedacht. Nein. Ah, verdammt. Okay. Ich bin mal weg hier, ne? Macht's gut, Freunde. Die sind ziemlich, ziemlich aggressiv drauf. Ja. War es unser Hemmend? Keine Ahnung. Nee. Sollte eigentlich nicht gewesen sein. Naja. Okay. War schon der Gegner, schon. Ja. Sperrgebiet. Jetzt war uncool. Da, halten wir hier mal ein bisschen drauf. Okay. Damit er hinten ist beinahe tot. Ah, Mann. Hätte ich ein bisschen draufhalten sollen. Das hätte, hätte dann funktioniert. Oh, oh. Das könnte eng werden. Ach, nein. Nicht wieder nachladen. Mann. Okay. Macht scheinbar doch ein bisschen Schaden, ne? Ach, okay. Da war ein Hansu noch hinten dran. Schade. Nee, egal. Passt schon. Äh. Voll genau, ne? Die ersten Hunden lieben besser, hab ich das Gefühl. Die letzten waren jetzt doch dann ein bisschen, ein bisschen zäh. Aber ich denke auch, das ist einfach, wenn ich, wenn ich zu lange Award spiele. Ich müsste es halt immer wieder ein bisschen spielen. Das ist das. Ich glaube, das wäre besser als so groß und selten. Aber ich wüsste nicht, wann. Es gibt so viel, was wir spielen. Und das ist halt das Problem. Noch viel mehr steht halt hinten dran. Deswegen, ja, keine Ahnung. Aber ich meine, es ist ja... 90% Holy Moly, was? Hab ich gar nicht gelesen. Ähm. Ach, nein. Ich wollte gar nicht. Ist das jetzt schon... Nrgh. Okay. Dann machen wir die Runde halt eben noch. Meine Güte. Das ist... Wenn ihr auch noch dabei seid. Hab ich jetzt gar nicht gesehen. Das war... Klar, logisch. Natürlich. Wir gehen da direkt in die nächste über. 91% des Matches sind Fire. Wer war anders? Du? Oder wie? Keine Ahnung. Ich hab... Ich hab grad überhaupt nicht drauf geachtet. Aber 91% ist schon krass. Das ist schon sehr, sehr krass. Das ist immer das Falsche. Das Jun kann auch noch ein bisschen länger gehen. Hab kein Problem damit. Nein! Du bist raus. Du musst morgen noch arbeiten. Ja, ja, deswegen... Ich wollte jetzt auch gehen. Aber... Dann... Dann fielen da schon die letzte Hunde an. Aber ja, gar kein Ding. Aber nein, wir werden nicht noch länger spielen. Meine Güte. Ist eh schon wieder zu lange. Wenn wir den Steam beenden, wird's dann wieder halb. Ich wollte eigentlich nicht so sehr überziehen. Wobei, ich würde mal sagen... Dafür, dass wir... Dafür, dass wir... Immer wieder auch die Vorbereitungszeiten und sowas hatten. Sind wir eigentlich relativ zeitig dran, ne? Es kommt halt Lust... Es kommt dann irgendwo Lust, wenn... Ähm... Wenn... Wenn Monster Hunter dran kommt. Dann ist es immer sehr schwierig. Da nicht zu überziehen. Wow. Der Genji ist schnell drauf gegangen. Hahaha. Das hat irgendwie nicht so funktioniert. Ja. Aua. Mit heute bin ich zum Glück nicht so schlimm. Was... Was für eine Stahlfalle. Ob ich da eine Stahlfalle... Hahaha. Wie gut war das denn? Hahaha. Hahaha. Ah, verdammt. Okay, da war der Genji. Hahaha. Wie gut war das denn? Einfach den... Einfach den... Den Doomfist. In... Ähm... Aber den Doomfist in der Luft erledigt. Sehr gut. Verdammt. Da jetzt. Genau jetzt muss ich nachladen, ne? Ah, Mann. Na also. Dieser Genji, ne? Der hält sich irgendwie... Der hält sich für einen richtig krassen Typen. Hier fliegen aber Leute durch die Gegend. Keine Ahnung, was hier vor sich geht. Ah, wir sind am Wagen. Na also. Aua, aua, aua. Okay. Hahaha. Irgendwie stirbt hier plötzlich jeder... Neiiiinnn. Ah, Mann. Schade. Hast du schon Schlimme überzogen? Ja, natürlich. Das meine ich ja. Das meine ich ja. Das liegt halt wirklich an Monster Hunter. Dass wir so überzogen. Dass wir so überziehen immer. Vor allem an einen gewissen... Äh, an einen gewissen Extreme Behemoth. Oder normal... Normaler Behemoth war sogar schlimmer bei Modizin. Das ist das. Na dann, ab geht's. Mal sehen, was wir da jetzt holen können. Na, ich hasse das. Aber sie hätte mich auch beim Hook wieder geholt. Yes. Ins Gesicht, Hanzo. Ins Gesicht. Na also. Wer hat dir jetzt wem einen Headshot gegeben, ha? Au. Irgendjemand mir. Yes. Na also. Geht doch. Immer alles böse, was überziehen angeht. Ja. Vor allem, wenn's halt nicht läuft. Das ist das schlimmste Problem. Wenn bei MH irgendwas nicht läuft. Das ist so fies. Verdammt. Nicht getroffen. Oh, nööööööö. Alle sind tot. Verdammt. Hä? Wow. Wie kann man schlafen, wenn man 10 Meter durch die Luft gewürftelt wird? Ah, schade. Heilung. Und Ulti. Wieso ist nie jemand da, wenn ich meine Ulti aktiviere? Niemals. Aua. Heilung. Ach. Und gerade dann muss ich nachladen. Wie oft ich einfach schon einen Kill verpasst hab durchs Nachladen. Ist so traurig. Müsst du mir angewünscht, ständig auf Erd zu hämmern. Ja. Ich bin im ganzen... Ich bin im falschen Team. Ja. Weg hier. Okay. Das war nicht so toll. Können wir das vielleicht nochmal probieren? Du bleibst jetzt hier mal ruhig. Huuu. Nein. Ich krieg immer diesen Schlaf ab. Hi, Reinhardt. Das geht. Oh Gott. Das geht. Okay. Ich verstehe. Das erste Mal, dass Reinhardt mich getötet hat mit sowas. Alter, hab ich ja auch noch gut Schaden von woanders bekommen? Ne, okay. Ja, ich war nicht voll deswegen. Weil ansonsten... Wurde ich von dem mal geheilt davor. Aber ansonsten hat Reinhardt da ja nie was gerissen. Ja. Na also. Sehr schön. Ist halt ein großes Ziel. Ja, das ist richtig. Die Wampe kann man nicht verfehlen mit dem Sleep. Ja, das ist halt schon wahr. Ne, ist ja auch klar. Dafür bin ich ja auch da. Das ist ja das. Ja, schade. Das ist wie gesagt... Dafür bin ich ja... Genau dafür bin ich da. Damit ich das abbekomme und nicht jemand Wichtiges. Oder jemand, der halt... Damage machen kann. Oder halt dabei drauf geht. Sagen wir es so. Ich weiß nicht, wieso ich mir das Ziel-Ding holen wollte. Ich glaube, die haben keine Lust mehr. Oh Gott. Was geschieht hier? Da kommt einfach ein Reaper an. Und... Ist tot. Ace. Ace der Reaper. Aaaaaah. Dieser Damage dann plötzlich, ne? So, das ist ein perfekter Zeitpunkt für... Betäubung. Ich hätte mit nichts anderem gerechnet. Ich weiß schon genau, wann sie die Betäubung machen soll. Ging nicht. Und ich verfehle da auch mein Hook, ne? Oh Gott. Jetzt nicht. Nein, 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 nein. Böser Reaper. Oh Gott, ich habe ihn wieder zu mir geholt. Na, großartig. Das war die beste Idee, die ich hier hatte. Großartig, fett. Das war nicht so gut. Aber wir haben vier Minuten Zeit. Okay. Okay. Ist recht. Ah. Schön. Uh. Zusammenspiel. Nice. Äh. Ist halt irgendwie so komisch, diese drei. Weil, irgendwie, ich weiß es nicht. Das ist, äh, ja, na. Schon. Äh, das ist irgendwie, Match verlassen, bitte. Ja. Oh, sorry. Ich habe mich jetzt auch ausgezogen. Sorry. Endlich noch ein Sieg, ja. Das, das war jetzt noch wichtig, den Sieg zu holen. Nur nicht mit den falschen Knopf drücken. Wo war das? In welchem Spiel war das? In welchem Spiel ist das denn, wo du, wo du danach nicht mehr raus kannst? Wo, was haben wir denn da einmal gestreamt? Und wo ich dann beenden wollte und dann den falschen Knopf gedrückt habe? Verdammt, was war das? Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Weiß jemand gerade eben, was das war? Übrigens, meine, meine Lootbox war Müll. Okay. Was war das denn? Ich komme gerade echt nicht drauf, verdammt. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Das, ich habe es gestreamt. Jetzt möchte ich echt überlegen, was habe ich denn so alles gestreamt? Ich habe schon ein bisschen was gestreamt. Muss man schon sagen. Auch jetzt so an Projekten allgemein. Das war auch irgendwie so ein Multiplayer-Ding. Niemand weiß es mehr, ja? Wir haben es alle ganz schnell aus unseren Gedächtnissen gelöscht. Splatoon! Es war Splatoon. Das war Splatoon. In Splatoon kannst du entweder weiterspielen oder beenden machen. Na? Na? Oder? Doch, schon, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Splatoon war. Und da habe ich auch zu sehen immer gleich A gedrückt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das war. Ja. Das war Splatoon, wo wir nie rauskamen. Hier ist es ja zum Glück leichter. So. Das soll es für heute aber auch gewesen sein, nachdem wir jetzt endlich draufgekommen sind, was das genau war. Zertun und seine guten Rausgehen-Funktionen. Ja, das war super. Habe sie das letzte Video gespielt, daher Katze. Ganz ehrlich, ich finde es echt toll. Ich finde es auch echt toll, wie die Katze ankommt. Finde ich sehr, sehr schön. Dass es wie die Katze ankommt, wie sie mittlerweile fast auch schon benutzt wird, tatsächlich in Sätzen und so. Das ist schön. Sie hat schon mehrere Funktionen. Also das ist eine richtig tolle Sache. Freut mich, dass euch die Katze sehr gefällt. Mir gefällt sie nämlich auch sehr. Und das ist einfach eine sehr tolle Sache, dieses Emote jetzt zu haben. Das ist, äh, das zeigt so ein bisschen, dass man doch irgendwo einen Fortschritt gemacht hat. Dass man vorangekommen ist irgendwo. Und das ist, das ist schön. Gefällt mir. Freut mich wirklich. Ähm, gut. Das soll es aber für heute gewesen sein. Wir haben jetzt lang genug gemacht. War ein schöner Stream, war ein langer Stream. Ähm, und, äh, ja. Ich kann gleich nochmal beenden. Jetzt beenden wir erstmal Overwatch. Wie gesagt, ich war sehr eingerostet, definitiv. Mit Roadhog ging's dann ab und zu ein bisschen. Jetzt Wrecking Ball zum Beispiel. Ja, ich, ich hab gemerkt, ich werd auch langsam ein bisschen müde. Und ich hab eigentlich bloß drum getrollt. Muss ich schon sagen. Wie gesagt, es ist natürlich klar. Äh, jetzt grad, äh, an Dove Plagueis. Ähm, äh, ist klar. Du hattest natürlich mit allem vollkommen recht. Aber wie gesagt, jetzt, jetzt im Moment war das nicht mehr so, dass ich da viel, da viel machen kann, um mich zu verbessern. Und wie gesagt, ich weiß halt nicht, wann ich das nächste Mal wieder spielen werde. Das ist, ich hätt auch heute nicht Overwatch gespielt, wenn's der Random Stream nicht gesagt hätte. Das ist ja das. Ähm, deswegen, äh, muss man einfach mal schauen. Werden wir sehen. Als nächstes T.E.Raw und Rattelos Despair. Hahaha, das ist auch gut. Hahaha, wir machen einfach Monsters. Monster, ja, das geht auch. Hahaha, alle Monster machen irgendwas. Das ist schön. Hahaha, ich bin froh, dass du gestern schon gefunden hast, ja. Fortschritt in diesem Channel? Ja, natürlich. Smooth ist eine wahre Katzastrophe. Hahaha, ja, und deswegen würde ich sagen, beenden wir. War wieder schön Overwatch zu spielen. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ich werde es nie professionell streamen, weil, oder spielen, weil es ist nicht meine Art von Spiel. Wenn, dann müsste ich da extrem viel Zeit reinstecken. Zum Beispiel die ganze Zeit, wo ich dann halt immer wieder vergesse, meine E einfach zu drücken. Es ist, äh, es ist so leicht, dass, äh, das zu machen bei Roadhog, äh, sich zu heilen. Aber ich vergesse halt immer wieder an das. Da brauche ich den Fokus dafür. Und den, den habe ich nicht unbedingt. Ähm, aber ja. Mal schauen. Vielleicht in Zukunft wieder, gerne wieder. Gerade wenn ich mehr stream und wenn wir vielleicht ein paar Stream-Projekte dann abschließen, können wir das auch machen. Und ich weiß auch nicht, ob ich da immer wieder durchcyceln soll oder ob ich halt so mache, wie ich es jetzt machen soll. Schau mal. Werden wir sehen. Aber auf jeden Fall soll es das heute gewesen sein, wieder mit, äh, Overwatch. Ich hoffe, es hat euch auch wieder gefallen, dass mal wieder ein bisschen was kommt. Vielleicht in Zukunft mal wieder ein oder zwei kleine Runden. Je nachdem, wie es aussehen wird. Und ansonsten bleibt ja immer der Random-Stream. Und ja. Damit würde ich mich für heute beenden. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht, mit der Overwatch. Also dann. Ciao.